Nach einer gewissen Weile geht's hier auch weiter in, 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 Alone in the Dark, schwieriges Wort. Ich mach mal weiter. Genau, also wir waren ja kurz davor, das Puzzle in die zweite Welt zu lösen. Da hatten wir nämlich gespeichert, wobei jetzt hab ich leider keine Ahnung mehr. Gab's hier ne Karte? Hier gab's ne Karte. Konnte man schnell auf die Karte zugreifen? Weil, ich glaube, im Kesselraum war das, wo wir hin mussten. Ich hab noch keine Ahnung mehr, wo der Kesselraum war. Ah ja, ich glaub, der war hier. Genau. Genau. Hier mussten wir jetzt das Rätsel rätseln. Äh, ich glaube, dazu bräuchte ich dann gleich schon wieder... Äh... Das Ding. Äh, oder die Karte? Fragezeichen? Oder bräuchte ich dafür nicht die Karte? Äh, wie bewege ich das denn? Ah, so. Äh, das sieht hier alles schon einigermaßen richtig aus. Was ist denn jetzt hier eigentlich dann falsch? Kann ich das drehen? Ah ja, das sieht jetzt richtig aus. Das sieht aber eher nach unten aus, ne? Ach du, heiliger Böhmbom. Das ist ja wild. Ich glaub, das sieht richtig aus. I guess. Äh... Ist die Frage, passt die Kirche dahin? Hört das schon noch zur Kirche? Sieht irgendwie nicht so aus, oder? Sieht das 100% fast genau aus? Sieht nicht so aus. Aber die Frage ist, welches Teil hat denn da unten das... ... vom Gebäude? Das? Nö, das sieht auch nicht richtig aus. Irgendwie fehlt mir das Stück mit dem Gebäude. Also mit dem oberen Teil der Kirche. Also eventuell könnte das dahin? Ne, okay, das passt nicht. Das ist, äh... Das ist falsch. Haben wir dran gedacht, genau. Haben wir dran gedacht. Äh, ich muss mal ganz kurz in die, ähm... Dings gucken. Da gibt's ja immer Ermittlungen. Wobei die Frage ist, wo würde ich jetzt gucken, wo das drin war? Weil irgendwo gab's diese Dinger. Ich weiß nur jetzt leider nicht mehr, wo. Das ist, wenn man etwas aus dem Spiel raus ist. Ich weiß, dass ich mir das gescreenshottet hatte. Also von daher glaube ich nicht, dass ich dazu irgendwo ein Bild habe. Vielen Dank für die Unterstützung. Und Yves. Dankeschön für den Hostrate. Sei gegrüßt und, äh, Dankeschön für, äh... Und so. Dankeschön. Was habt ihr Schönes gespielt? Bin ich sicher, ob das richtig ist. Stardew Valley? Oh. Oldies, but Goldies. Nee, das sieht aber auch nicht richtig aus. Das sind die Wolken, die so da dran gehören, würde ich sagen. So. Äh, gibt es hier irgendwo... Irgendwas, wo man sich das Bild mal angucken kann? Oder ist das jetzt wirklich einfach nur... Man muss das aus dem Ding erkennen, was jetzt hier quasi vor mir ist. Ja, ja, du bist auch gefragt. Weil du ja, glaube ich, der Einzige bist, der es gespielt hat. Also deswegen wäre die Frage ja, äh, ziemlich weird. Also die Dinger könnten auch quasi hier oben die Begrenzung für die Wolken sein. Dann könnte da theoretischerweise die Sonne hin. Naja, das sieht aber auch gar nicht mal falsch aus. Kirche gehört da hin. Theoretischerweise ist das dann auch richtig. Aber wo kommt die Sonne denn hin? Okay, das sieht nicht falsch aus. Äh, hier ist noch ein Stück falsch. Ja, das da. Äh. Nur das ergibt gar keinen Sinn. Mal. Was? Schau mal, im Kolak... Was? Kolakkaninbuch? Die Sonne drehen. Naja, gut, aber das hier ist ein Randstück. Also im Endeffekt kann das ja nur so sein. Alternativ kann ich es natürlich drehen. Aber das sieht kacke aus. Also hier würde ich sagen, passt die Sonne nicht, weil hier unten die Sonnenstrahlen fehlen. Also hier erkenne ich jetzt auch die Kirche. Das sollte passen. Das Ding könnte falsch sein, weil da noch die oberen Häuser fehlen. Aber die Frage ist, da wir kein Mittelstück mehr haben... ...wüsste ich jetzt nicht, wo die Häuser fehlen. Also ich meine, hier muss ja ein genauso viereckiges Mittelstück rein. Das passt wohl mit dem. Aber ich hab hierfür keins. Aber vom Winkel... Ist das richtig, oder? Die Sonne ist falsch. So? Das würde jetzt zumindest hier mitpassen. Jetzt passt das aber nicht. Nur einmal... Okay, das geht ja auch gut aus. Da hast du recht. Naja. Hab ich alleine gut hingekriegt, ne? Hab ich ja gut hingekriegt. Dankeschön. Äh, so. Wo soll ich gucken? Ach da. Ah ja, da wär das Bild gewesen. Da wär das Bild gewesen. Okay. Gut. Das wäre dann jetzt auch ein bisschen einfacher, weil man jetzt das dann hätte so machen können. Ich hab's jetzt quasi ohne Hilfe gelöst. Dankeschön. Aber für alle, die vorher gucken wollen, wie man das Rötsel löst, kann man auch da gucken. Äh, wie ging's denn hier? Ich konnte heilen, ich konnte Waffe wechseln. Ich konnte, äh, sparten. Äh, wie konnte ich sparten? So konnte ich sparten. Gab's sonst noch irgendwas? Kreis war ausweichen. Das war rennen. Das war ducken. Ne, das war Lampe anmachen. Nie war ducken. Äh. Ah, Dreieck war ducken. Alles klar. Weck. So. Ach, du Scheiße. Was musste ich hier machen? Hier hat das funktioniert. Und wo waren die Hinweise? Oh, hab ich jetzt nochmal die Hinweise gekriegt? Oh. 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 Du brauchst ne Kombination für den Talisman. Ja, aber irgendwie, das hab ich gemerkt. Ah, danke Sascha. Die sehr entspannende Frage ist, wo ist diese Kombination? Hat sich durch das lösen des Rätsels was verändert? Ich hab keine Ahnung. Ich dachte, wir setzen das Ding drauf und gehen jetzt in die nächste Welt. Gedanklich hab ich nix mehr offen hier aus dem letzten Mal. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ah, okay. Was ist das? 7, 5, 9. Achso, lol. War da vorher nicht da? 7, 5, 9. Okay, kann nichts zu machen. Achso, das ist ne größere, also gewonnen ist es 9, 7, 5 nach Größe. Äh, also 9, 7, 5. 1, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 5. Das ist dumm. Äh, ich bin jetzt auf Quatsch Doch, das ist die große Scheibe Neun Aber das hatte ich doch am Anfang Okay, hatte ich anscheinend nicht Das schwarze Glas zeigt wieder Einen anderen Raum Das muss der Weg zu einer weiteren Erinnerung Von Jeremy sein Ja, ist fantastisch Wenn man in so einem Spiel, ähm Pause macht Wo war das denn jetzt? Welche Tür ist denn jetzt aufgegangen? Okay, die hier anscheinend nicht Vielleicht, wie war es denn? Also ich habe es halt knatschen gehört, aber Ah ja, okay, die hier Bestell Leise, ne? Ich wusste es Ich wusste es würde funktionieren Bisschen laut Rätsel erkannt Rätsel gewann Was mich gerade glaube ich stört Normale Licht aus, ne? Hatten wir glaube ich beim ersten Stream auch Ein bisschen Atmosphäre Die Familiengruft der Hartwurz Emilys Familie scheint ja in New Orleans tiefere Wurzeln zu haben, als ich dachte Und ich hatte sie für einen Yankee wie mich gehalten Warum? Was, was ist hier mit der Police? Ich bring mich hier gleich irgendwann an Der Segen Schlüssel gegen Stanz Was ist das? Weiß ich nicht, der Segen Der muss da wahrscheinlich reingesägt werden Na, was haben wir denn hier? Hab es Okay Nimm ich mit Und Benni Dankeschön für den Resub an der Stelle Und schönen guten Abend gewünscht Nehmen wir mal den dicken Hammer Wow Wow Stefan Wow Wow Alter Alter Finde Na ja, hört schon mal raus Und Benni Achso, es war sogar auch noch der Endrix dazwischen, sehe ich gerade Im Tier 2er im 90. Da sage ich ja dickes Dankeschön mit dem Rass-Rätselknopf Einen guten Abend, sei gegrüßt Danke Mann und danke gleich doppelt Für doppelten Support und natürlich Benni Auch an dich natürlich, hallo und Dankeschön für 25 Dankeschön Ja, wir können ja tatsächlich einen Counter machen Für beides, also Quasi so eine Art Wettrennen, Rätsel-Chat und Rätsel Alleine Und wer dann, dann sieht man ja immer, wie die aktuellen Zahlen sind Wer am Ende führt Achso, hier hätte ich auch einen Molotow-Cocktail werfen können Na super Wann streamst du immer? Immer wenn Zeit und Lust ist Meist so 3-4 mal die Woche Scheitert meistens dann eher an Zeit Also ich glaube, da brauche ich wieder 3 Platten Oh, war ja fast, dass das immer da durchkommt So Ja dann, gucken wir mal Ja, da habe ich ja schon gedacht Drei weitere Also, Entschuldigung, zwei weitere Hä, hier kam ich doch her Die haben jetzt schon wieder im Kreis gelaufen Also Quatsch Äh, aber wo sind denn hier die anderen Medaillons? Alter, erschreck mich, Frau Ma Okay, hier ist einfach nichts Und Schuss Achso, äh, das war ein Angreifen Nein, was war denn Angreifen? Aua Achso, das war Angreifen Aua Die falschen Tasten drücken fürs Angreifen hier Achso, das waren auch Wurfobjekte Ah, super Nehmen wir erstmal hier aus dem Medican Pissen wir die Kugel mit Ja, und vielleicht fühle ich mich ja herausgefordert Ich sage ja nur als Beispiel Ich habe einen Abend gespielt 14 Tage nicht Und habe halt in diesen 14 Tagen vieles vergessen Andere Leute machen manchmal Platin Und haben danach schon instant alles vergessen Nachdem sie das Spiel schon 70 Stunden gespielt haben Können wir ja mal gucken, wer da länger was behält Auf jeden Fall sehr viele Wurfgegenstände hier Schleichen Oh, ich kann mich nicht freundlich sehr gerne M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-Ma-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. Ja, ich überlege, ob ich die beiden jetzt hier mache. Ich habe ja niemanden namentlich genannt. Wenn sich Personen angesprochen fühlen. Zufälle sind rein Zufälle. Ja, ich verlor so'n Moped. Alter, das dauert halt ewig nachzuladen. Harte Ermittlung. Habe jemand wegermittelt. Oh, ich wollte eigentlich gar nicht heilen. Verdammt. Na ja, egal. Immer diese harten Ermittlungen. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich ein Molotow-Cocktail wäre. Der brennt ja nicht. Mal gucken, ob ich jetzt hier die Scheiben finde. Oh. Oh, da geht's rein. Oh, gucken. Was da so drin ist in den Bums. Sieht ja einladen aus, die Spalte. Haben wir in die Spalte. Ach ja, Indiana Jones soll ja auch noch dieses Jahr kommen, ne? Na gut, da bin ich nochmal gespannt drauf. Hat aber ja noch kein Datum. Tatsächlich, wenn ich jetzt so ein bisschen in den Release-Kalender gucke im Discord, der sieht echt leer aus. Ich glaube, so leer war der letzte Mal zu Ende des Jahres oder so. Das ist ja wirklich traurig, was bis jetzt dieses Jahr noch bekannt ist. Könnt ihr aber gerne mal reingucken, ob ich irgendwas vergessen habe einzutragen, Chad? Weil das sieht halt verdammt leer aus. Ich habe das heute gesehen und dachte mir nur so, echt, es kommen nur noch vier, fünf Spiele, die schon ein Datum haben. Das ist ja traurig. Okay, das sieht schon aus wie eine Boss-Arena. Ich meine, es ist wegen E3 oder hier Summer Games Fest oder was? Was ist Mana Lords? Also ich höre irgendwo... Prison Architect bin ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so drin. Wo ich eher gespannt bin, ist Frostpunk 2. Das werden wir uns dann wahrscheinlich vom PC angucken. Vielleicht für den Rest des Jahres? Na gut, ich meine, ich spiele auch schon weniger mittlerweile, aber... Dann spiele ich immer noch ein bisschen mehr als du, Witcher-Wolf. Also, ein paar mehr Games wären schon cool. Indie Total War? Okay, das ist, glaube ich, auch nicht meins. Das ist, glaube ich, auch nicht meins. Ich glaube, ich bin jetzt hier siebenmal im Kreis gegangen. Und wo kam ich denn jetzt eigentlich? Kam ich von hier? Nee, von hier kam ich jetzt nicht. Toll. Hätte ich die Tür nicht aufmachen sollen. Ah, jeder war wieder zu. Alter, die Geräusche in diesem Spiel sind immer noch fantastisch gut. Ist blockiert. Okay. Dann ist hier nichts. Ich kam durch die Spalte, glaube ich, sogar rein. Ich weiß nicht, ich war noch in gar keinem Weg. Weggehämmert! Weggehämmert! Oh! Oh, da gab es jetzt aber auch ordentlich Getränke. Verloser, gegrüßt. Satisfactorio? Ja, ist auch nicht so meins. Habe ich den ersten Teil aber bis jetzt auch noch, ehrlich gesagt, nicht gespielt. Chill. Das Omen. Oh. Kannst ja Licht machen, du. Kannst ja Licht machen zwischendurch. Siehste. Wenn ihr mich sehen wollt, habt ihr ja die Macht. Nein, aber ich bin natürlich immer froh, wenn ihr da seid. Hä? Da unten ist nicht gerade noch ein anderer Weg. Ich habe das, also ich habe heute echt eine super starke Wegfindungsschwäche. Hier könnt ihr Lumina steuern? Ja. Naja, ich glaube, Disco ist kein Befehl. Police, RGB und Farben. Also, auf Englisch halt. Ich glaube, was du meinst ist RGB. Also, Ausrufezeichen RGB. Nee, hä? Okay, jetzt weiß ich nur nicht, welcher. Hä? Aber dann ist es ja doch andersrum. Okay, es ist doch andersrum, aber es sieht halt einfach nur gleich aus. Das ist ja verwirrend. Das ist ja verwirrend. Aber ich kann mal ganz kurz gucken, ob ich zumindest das eine Keylight in der Mitte anmache. Warte mal eine Sekunde. Mal eben auf Bildschirm tappen. Das war zumindest eins anmachen in der Mitte. Was ich mal nicht alle anmachen. Keylight Mitte. Mal so. Oder ist das noch zu wenig? Ja, das war vom Monitor. Der Monitor strahlt halt. Also, wenn ich den jetzt umschalte, ist der Monitor halt heller. Und der Monitor hat halt Projektionsfläche. Aber da das Spiel gerade sehr dunkel ist, kommt vom Monitor halt nix. Das ist jetzt halt... Keine Ahnung. Ich will ja. Ja, das ist jetzt ein bisschen heller machen. Was kommt hier? Das Nachladen gestaltet sich nur als schwierig. Der gesunde Kreislauf, immer die Säule rubbeln. A walk in the park, a step in the dark. Ich kann es ihm so gut. Wir rennen im Kreis. Der frotzt hier mit Scheiß. Aua. Da werden wir Schaden gemacht. Freudenfeuer, Freude schöner Götterfunken, Tochter des Elysium. Elysium. So. Ein bisschen genug im Kreis gelaufen. Hilfe. Ja, das Spiel ist wirklich sehr dunkel. Aber das ist halt, glaube ich, Atmosphäre. Also, ist halt gruselig oder soll halt Stimmung machen. Ach, ist okay. Okay. Also, ich... Get your job done, ne? Also, ich würde jetzt nicht sagen... Ist halt... So waren halt Horrorspiele. Machst halt nix, ne? Immerhin kriegt man das, was man machen will, halt hin. Das ist halt schon mal ein Vorteil. Schlimmer wäre es, wenn das jetzt noch nicht mal funktionieren würde. Also, ich bin jetzt, glaube ich, dann einmal doch im Kreis gelaufen. Aber das Problem ist, ich habe keinen Schimmer. Ähm, wo jetzt die andere... Ah, doch, da, wo der rausgeplatzt ist, ne? Das war dann ja an der Seite. Also, theoretischerweise entweder da oder da. Was an der HDR-Konvertierung liegt. Das kann ich dir nicht sagen. Also, die Farben sind halt nicht sehr saturiert. Also, ja, weiß ich nicht. Hat das Spiel eine HDR-Unterstützung? Also, warte mal. Hat das Spiel eine HDR-Unterstützung? Weiß das einer? Also, wirklich eine native? Weil ich habe halt HDR immer an bei mir auf der Konsole. Es kann natürlich sein, dass das Spiel vielleicht gar kein HDR hat. Und das quasi jetzt Fake-HDR ist, was die Konsole erzwingt. Habe ich mir bis jetzt noch keine Gedanken drüber gemacht, Fett. Das wäre jetzt natürlich dann vielleicht ein Argument. Ich weiß es nicht. Wir können es gerne testen. Kann ich hier speichern? Ne, hier kann ich nicht speichern. Ja gut, aber in der Regel alle neueren Spiele unterstützen das. Und ich erspare mir damit quasi den Switch vom Menü SDR in Spiel HDR. Dass das halt immer umschaltet. Deswegen habe ich halt immer HDR an. Ähm. Weil alle neueren Spiele unterstützen es ja eigentlich. Also, klar. Ausnahmen beschädigen jetzt vielleicht dann auch die Regel. Das kann natürlich jetzt schon dann sein. Ähm. Ja, okay. Der hat nur jetzt hier noch nicht so ein Ding da dran. Also scheint so. Ja gut, aber ich kann es halt nicht wirklich einstellen, ne? Also, da ist halt nix irgendwie, was halt... Na gut, das ist jetzt schon hell. Also, theoretischerweise die hellen Töne passen. Es ist halt nur dauerhaft Schatten. So gefühlt. Ne? Also tatsächlich, das Spiel sieht jetzt ja dauerhaft aus wie links im Schatten. Aber es könnte theoretischerweise auch helle Töne, wenn es denn so hell wäre. Aber... Tut's halt nicht. Ach so, ja. Vielleicht sollt ihr auch Licht anmachen. Ich habe ja auch eine Taschenlampe. Vielleicht ist das der, äh... Der Casus-Knactus. Oh, ich nehme mir wieder den Hammer. Hä? Aber hier war ich doch! Was ich meine, hier liegen ja... Dann muss ich auf die andere Seite gehen. Ich check noch nicht, ob das jetzt ein Kreislauf ist. Also, ob jetzt quasi alle unterirdisch miteinander connected sind. Und... Hier ist... Wo ist der denn jetzt gerade rausgeplatzt, der Otto? Ah, hier war ich noch nicht. Wollen wir mal nachladen. Ah ja, hier brauche ich zwei Drehräder. Hm. So, das ist jetzt egal. Ja... Das sieht aber richtig aus, weil hier die, äh... Ne, warte mal. Da fehlt hier aber trotzdem die eine am Rand. Also hier haben wir drei. Aber oben auch. So. Da kriegt der Slash schon wieder mal einen Punkt. Für Rätsel erkannt. Rätsel gebannt. Markus eins. Chat null. Ja, mit PC und HDR mache ich gar nichts, Richard Wolf. Also PC ist mir da viel zu frickelig. Wow. Wieso kann das denn jetzt plötzlich... Stream Elements... Ich bin ja mal gespannt, ob ich meinen Bot wieder bekomme. Ich bin ja mal gespannt, ob ich meinen Bot wieder bekomme. Oh, Munition nehmen wir mit. El Pistolero Kugeles. Was? Alter! Äh, was? Ja. Es tut einfach zu viel. Ich muss weg hier. Ich muss weg hier. Jetzt hatten die hier gern. Was hat mir das jetzt gebracht? Ich bin ungeschlossen. Ah ja. Da ist die... Scheibe. Wie Pudding in den Sandalen? Pfff. Ich möchte jetzt nicht wissen, warum du weißt, wie sowas klingt. Gar gar zu kackern, du. Aber ist okay. Erinner mich daran, dass ich deine Schuhe nicht anziehen möchte. Aber wenn ich doch gerade hierher kam, warum ist jetzt die Scheibe da und die war doch gerade nicht da? Achso, ich komme aber auch woanders raus. Okay. Weil das Spiel verwirrt mich so ein bisschen. So. Weil erkenne ich jetzt hier? Also gibt's hier irgendwelche... Dinger? Also gibt's hier irgendwelche... Dinger? Äh. 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 Wo sollen wir dran passen? Ja, alles schon wieder hier. Riggt. 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 Ich habe in der letzten Zeit so viele seltsame Vorkommnisse gesehen. Erinnerungen drängen sich in die Realität und brennen dann aus wie müde Glühdrähte in elektrischen Lampen. Traumlandschaften stürzen von den Sternen herab und versinken im Meer. Türen, die ins Nirgendwo führen und zugleich überall hin. Bei all dieser Träumerei wollte ich daran glauben, dass es eine Chance gebe. Dass du einen Weg finden könntest, am Leben zu bleiben. Einen Weg, den ich nicht sehen kann. Genau wie ich gelernt habe, mit meinem Talisman zu navigieren, kanntest du vielleicht mit all deinem Wissen einen Weg. Einen Weg, mich wiederzufinden. Vielleicht in Tarroher, in Liebe, Jeremy. Power, Baby. Verloren und wiedergefunden. Was ist das? Kofferschlüssel. Sie ist tot. Und egal wie sie gestorben ist, jetzt sieht sie friedlich aus. Die Astart-Künstler-Kolonie. Ich habe davon gehört, dass sie verschwunden ist. Muss etwa 15 Jahre her sein. Die braucht man ja schon mal für das Rätsel, wobei ich jetzt nicht mehr weiß, ob das in diesem Raum hier war. Wo war denn der Koffer? Na gut, wird wahrscheinlich zwei, äh, müssen wir weiter sein. Ja, wie gesagt, es liegt bei Twitch. Ich weiß nicht, wie groß die Chancen sind, ein Account zurückgesetzt zu bekommen, wo du weder Passwort noch E-Mail-Adresse kennst, mit dem ich nie was gemacht habe. Also transaktionstechnisch. Ähm, das Einzige, was ich halt Twitch jetzt auch noch geschrieben habe, ist, ich kann mich mit dem Bot via IRC und O auf halt einloggen. Das ist das Einzige, was ich davon noch habe. Wie gesagt, ich weiß echt nicht, auf welche E-Mail-Adresse. Ich habe schon die Befürchtung, dass ich das damals mit meiner Business-Mail gemacht habe, weil du ja damals nicht mehrere Accounts mit, ähm, also für Twitch-Accounts benutzen konntest. Du raust es ja jedes Mal eine neue E-Mail-Adresse. Mittlerweile geht es ja, dass es mehrere Accounts mit einer E-Mail-Adresse sind. Und dass ich diese E-Mail von dem Business-Account auch überhaupt nicht mehr habe. Also, dass mir auch nichts nützen würde. Ob Twitch da jetzt was macht oder dass das Ding quasi tot ist, das weiß ich nicht. Naja, weil der Moped-Bot halt, äh, für sechs Monate Abo hat und Abo-Streak von, keine Ahnung, acht Jahren oder so. Das wäre halt, ähm, ja, schade. Aber wenn natürlich kein Weg dran vorbeiführt, ja, dann. Also, das ist das Einzige, woran es halt gerade scheitert. Aber wie hat, theoretisch könnte Stefan halt schon, äh, weiß ich nicht, neuen Accounts erstellen oder so. Das, was wir halt zumindest auch schon mal testen können, weil ich weiß halt nicht, wie lange das halt dauert. Und ob und überhaupt. Gab es ein Schnell, äh, äh, Ding für Karte? Oder ist die, über das Menü das Einzige, die einzige Möglichkeit? Genau, historisch gewachsen. Genau. Oh, was ist denn hier drin in der Kiste? Ich kann erstellen, ich habe das, was, Moped-Counter und das Moped. Moped? Achso, wie auch immer. Die Barlow-Linse. Ah ja, die war für das, äh... Warum sollte er das wegschließen? Ah, Taschwelt gerückt halten. Dankeschön. Äh, ja, äh, wo war denn das? In meinem Fangsraum? Ah, anscheinend. So, wie komme ich da jetzt wieder hin? Quasi rüber, runter, rum. Okay. Das ist korrekt. Äh, ich bin falsch abgewogen. Wieso? Ich kann voll gut Karten lesen. Äh, bin ich durch. Muss ich hier runter? Nee, ist ja auch schon wieder falsch. Passwort-Manager gab es... Ja, ja, Passwort-Manager gibt es für mich erst, seitdem ich Apple benutze. Das hat mein Leben tatsächlich dramatisch vereinfacht. Oh. Dieses Apple. Librarie? Oh, Librarie ist der richtige Weg. Ah. Oh, Lel Nose. Sei gegrüßt. Und Dankeschön für den House-Spray an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei... Oh, Pacific Drive. Geil. Da will ich auch nochmal weiterspielen. Das hat mir... Wir haben es mal einen Abend angezockt. Das hat mir mega gut gefallen. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, weiterzuspielen, aber das möchte ich nochmal unbedingt weiterspielen. Fand ich voll toll. Wie weit seid denn ihr da so? Und Old, sei gegrüßt. Tschö. Tschö. Also bewegen kann ich es nicht. Vom letzten Drittel. Und? Immer noch geil? Ah. Ach du heiligere Wurm. Schon wieder Rätseltime. Immer noch schräg und spooky. Naja, das ist... Ich fand es cool. Ja, muss ich mal irgendwann weiterspielen. Ach du heiliger Böhm-Böhm. Also ich kann die Teile zum Glück nicht drehen. Das ist schon mal ein Anfang. Dann würde ich sagen, ist das ein Mittelteil. Ich bin nicht sicher, ob das passt. Das sieht auch nicht so gut aus. Rätsel erkannt. Rätsel gewandt. 9-4-1. Wow, was passiert hier? Er stellt etwas ein. Ganz von allein. Und er zeigt den Weg zu einer anderen Erinnerung. Wo ist das? Ja, wo ist denn das? Weiß ich auch nicht. Naja gut, die Frage permanent wäre ja nicht schlimm. Aber man kann es ja bestimmt auch nach dem Spiel oder beim nächsten Spiel zurücksetzen, oder Stefan? Und Madhuk, im 58. Ja, ja, Prösterchen auf dich und Dankeschön. Ach so, und ich habe jetzt auch wieder den... Livestream-Mod-Chat auf Chat. Äh, Mods. Chat-Mods. Mods-Chat. Ja, geil. Also das Problem ist, das zeigt er mir jetzt nicht auf der Karte an. Aber wo war jetzt das, was der mir zeigen wollte? Ja, sehe ich. Nice. Muss ich nur das Monitor-Problem lösen, dann bin ich glücklich. Ähm, ja. Okay, wo habe ich den Hinweis denn jetzt bekommen? Okay, was habe ich denn als Ziel? Eine weitere Welt, die nach Decedo hineinsickerte. War dies ein Vorgeschmack auf das mysteriöse Taroea? Ah, Speisezimmer. Okay. Hm, Speisezimmer ist wo? Ist Speisezimmer Esszimmer? Ja, wahrscheinlich, ne? Dann kommen wir ins Battle Hell Nose. Schlaf gut. Und danke fürs Vorbeischauen. Ja. Äh, ne, gar nicht. Ja. Äh, da ist das Klo. So, ich vermute mal, das ist jetzt, ja, das sieht schon mal komisch aus. Auf geht's. Äh. Schalke schießt ein Tor. Kopf still drin. Gute Nacht, die. Schlaf gut. Bzzzzzzzz. Na gut, jetzt ist hell. Sie haben es hergeschafft. Ich hatte Zweifel. Aber die Hoffnung, die Sie mir gaben, lebt noch. Ich schätze, das hier ist Taroea. Wer sind Sie? Mein Name ist Juan Luis Roche und dies ist wirklich der Konvent von Taroea. Sie müssen entschuldigen, aber Jeremy kannte Ihren Namen nicht. Ich heiße Edward Cornby. Ich bin Privatermittler. Sie sind kein Patient, oder? Nein. Ich bin der Autor eines Buchs, das Jeremy einst wichtig war. Wie geht das? Sind Sie auch Teil seiner Erinnerung? Ist das eine Erinnerung? Ich bin wohl eher eine Manifestation von Jeremys Unterbewusstsein. Genau wie der Konvent von Taroea. Ich habe Jeremy nie getroffen und wir sind an einem Ort, den er nie besucht hat. Na schön. Und Sie sind hier, um mich anzuleiten? Ich habe eine klare Bestimmung. Ich bin einfach. Aber ich helfe natürlich gerne, wenn ich kann. Wenn Sie bereits irgendwie ein Teil von Jeremy sind, warum wollte er dann herkommen? Ist er dann nicht schon hier? Jeremy wollte herkommen, weil es ein Abbild seines Geistes ohne Störung ist. Wenn Dr. Grey ihn während der Sitzungen bittet, seinen Fokus zu finden, stellt er sich diesen abgelegenen Konvent vor. Er ist davon überzeugt, dass er, könnte er wirklich herkommen, perfekte Gelassenheit finden würde. Eine spirituelle Vergöttlichung. Sie glauben nicht dran. Jeremy weiß unterbewusst, dass es nur ein Wunsch ist. Er kann nicht herkommen. Trotz der Pfade, die der Schattenmann zwischen Terceto und Jeremis Geist geschaffen hat, ist es einfach unmöglich. Aber ich bin hier. So ist es. Schade, dass es für Sie nichts Besonderes ist, Detective. Anderenfalls hätten Sie ein Buddha werden können. Manche von uns spielen eben immer nur die zweite Geige. Nicht wahr? Ja, so ist es wohl. Sie werden die Erleuchtung anderenorts suchen müssen. Und was mache ich stattdessen? Was kann ich hier tun? Sie sollten in die Konventsbibliothek und dort nach der Wahrheit hinter dem Pakt zwischen Jeremis und dem Schattenmann suchen. Es gehört zu den Dingen, die er unterdrückt und nicht klar sehen kann. Kann ich damit den Pakt brechen? Vielleicht. Zumindest können Sie Jeremis damit konfrontieren. Moment. Warum sagen Sie es mir nicht? Solche Dinge weiß ich nicht. Sie müssten wohl eher die Texte von Dr. Freud lesen, wenn Sie das verstehen wollen. Nein, danke. Psychiater sind nichts für mich. Sie sollten noch etwas über die Bibliothek wissen. Er ist ebenfalls hier. Der Schattenmann studiert all die Texte hier seit langer, langer Zeit. Er ist hier? Wie soll ich an ihm vorbeikommen? Mit Vorsicht, Detektiv. Oh Mann, fantastisch. Okay. Ich glaube, ich muss dann eher schleichen, wa? Stadt kloppen. Und nun ein gänzlich anderer Ort. Eine Idee, wie wir den Schattenmann loswerden können? Ich schätze, Verdrängung könnte funktionieren. Versuchen Sie ihm keine Aufmerksamkeit zu schenken. Ich weiß, Sie sagten, dass Jeremy niemals hier war. Aber gibt es diesen Ort in der Wirklichkeit? Ich glaube, er soll in Mexiko sein. Aber ich bin mir nicht sicher, was die Ursprünge von Tarueya angeht. Tja, war schön, Sie kennenzulernen, Juan. Ich gehe dann rein. Mögen die Götter mit Ihnen sein, Eduard de Vilban. Wir gehen rein, Schatz. Das war schon wie Resident Evil 5, Lu. Hat das Spiel auch gelogen, weil plötzlich war hell, gleißen Sie doch noch in Afrika. Kein Trend zu sein. Aber eigentlich müssen Sie mir noch fix mal zu trinken holen. Lauf nicht weg, bin du vor wieder da. Oh. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, dann. Oh, Licht an. Wobei Spier eigentlich gesagt hat, dass wir gegen Voldemort nicht kämpfen sollen. Ja, definitiv, Lou. So fühle ich mich heute immer noch. Wie weit bist du eigentlich in den Rise of Ronin? Also, ich muss sagen, bis jetzt mir gefällt es immer noch gut. Hendrix meinte auch gerade, das ist nicht so für ihn. Aber mir gefällt Rise of Ronin echt gut. Bis jetzt. Okay. Pausiert, okay. Da bin ich mal gespannt, ob es sich bei mir dann auch irgendwann abnutzt. Weil bis jetzt habe ich das echt gerne gemacht. Ein hohles Kreuz. Okay, wir brauchen also ein füllendes Kreuz. Wie viele Stunden hast du schon drin bis dahin, Lu? Ich meine, wir haben jetzt ja gerade erstmal... Wie viele Streams haben wir eigentlich gemacht mit Rise of Ronin? Zwei? Oder waren es schon drei? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht war jetzt ja auch der Urlaub dazwischen. Naja, dem muss ja nicht reicht. 30 ist ja schon... Reicht ja so, als ich mal Daumen aussage. Große Bibliothek. Große Bibliothek war endlos, wunderschön und fürchterlich. Eine ätherische Chronik des Universums, das sich im Kopf von Jeremy Hartwood befindet. Jetzt von einer Geschichte, eines zwanghaften Lügen, das verseucht, die ihm aufgezwungen wurde. Es ist ein Übel, das von Wissenschaft und Heimlichtuerei heraufbeschworen wurde. Ich werde einen Raum dafür nutzen, die Grundfesten seines Charakters wegzusperren. Den Schlüssel gebe ich dem Bibliothekar. Er ist für den Streuner nicht sichtbar. Ach, Entrix, ich schreibe dich nachher nochmal an, ja? Ich habe mal eine Frage noch. Ist nicht kompliziert, die Frage. Ich will sie jetzt nur nicht im Stream stellen. Ja. Eigentlich sind es sogar zwei Fragen. Aber ich stimme dir zu, dass das so ist mit dem Belanglos, aber das stört mich nicht. Also dementsprechend ja. Es ist halt so wie Souls, wo es im Endeffekt keine große Story gibt. Es geht halt mehr um das, sage ich mal, Erkunden und Machen und das Spielen und wie sich das Spielen anfühlt. Und weniger, also es ist deutlich weniger als Tsushima, wie es halt quasi inszeniert ist und überhaupt. Also da stimme ich absolut zu, aber es stört mich halt nicht, solange mir das Gameplay halt Spaß macht. Gehe ich halt trotzdem zu jedem Punkt und kloppe da halt jeden um, weil macht halt Bock, ne? Klar, bevor jetzt wieder einer sagt, ich erzähle komische Sachen. Natürlich bitte jetzt nicht auf Elden Ring Niveau für mich, wo es 150 Stunden ist. Also irgendwann ist dann auch gut. Wenn das jetzt, was da so ist, wie es ist, sage ich mal, um die 40, 50 Stunden geht, sage ich, okay, ist cool. Cool. Danach kriegt dann aber auch irgendwann das Gameplay halt Abnutzungserscheinung. Weil dasselbe sage ich zu Elden Ring. Ich brauche halt keine Story. Gib mir halt irgendwas zu erkunden und zu kloppen, was cool ist. Dann ist es okay. Das mache ich gerne 30, 40, 50 Stunden. Nur dann halt nicht vielleicht 150 Stunden. Dann brauche ich schon ein bisschen mehr. Aber ja, den Punkt sehe ich, den Endrix da hat. Hat das da sehr schon 30% und 8 Stunden. Okay. Komm gut, jetzt werden schlaf gut bis morgen, Wücher Wolf. Unterstützt die Playstation jetzt eigentlich 2K-Monitore, Chat? Also nur mal jetzt hypothetisch, wenn ich mir einen 2K-Monitor jetzt noch holen würde, kann ich da jetzt jeden dran dübeln und der würde erkannt werden? Weil das würde ja vielleicht auch ein Problem dann mit Final Fantasy lösen, ne? Dann könnte ich ja theoretisch auf den, also quasi für... Aha. Braucht man... Okay, dann die nächste lustige Frage. Die Antwort weiß ich tatsächlich auch wieder nicht. Danke erstmal, dass das anscheinend jetzt supportet. Braucht man für 1440p schon HDMI 2.1? Also wenn du wirklich 1440p HDR RGB übertragen willst, oder passt das noch in HDMI 2.0? Also deswegen die Frage, ähm... Braucht man jetzt schon auch ein HDMI 2.1-Monitor für 2K oder reicht da ein älterer? Weil damit habe ich mich ehrlich gesagt nicht beschäftigt. Ich weiß, was ich halt für 4K brauche. Ich weiß aber nicht, was ich für 2K bräuchte. Aus Gründen? Wieso aus Gründen? Was passiert, Lu? Das ist noch mit, ähm... 2.0 möglich. Okay. Na gut. Eventuell teste ich das mal. Weil dann kann ich halt, sag ich mal, bei gewissen Spielen auf dem, ähm... 32-Zoll-Monitor ausweichen. Wisst ihr, wie ich meine? Dann haue ich quasi dahinter einen Splitter. Also hinter die Playstation. Und sag halt Monitor 1, Monitor 2. Und kann halt eben auf 4K spielen. Und wenn das halt kacke ist, kann ich auf dem 2K-Monitor spielen. Ist die Idee gut oder ist die doof, Chat? Ja, ich vermute, dass es angenehmer ist. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt einfach nur so ist. Also, dementsprechend ist die Frage... Was macht die Playstation? Also, das weiß ich halt nicht. Gibt die Full-HD aus und skaliert es auf 2K? Oder gibt die 4K aus und skaliert es auf 2K? Weil ich weiß halt nicht, ob sie halt nativ 2K ausgibt auf 2K. Deswegen die Frage. Ob das halt dann einen Unterschied macht. Ich glaube, das ist das Kreuz, was wir brauchen. Jeder nur ein Kreuz. Ach, Scheiße. Warum musst du auf deine schlimmsten Ängste manifestieren, Jeremy? Oh. Das ist so, ich glaube, es ist auch... Ich habe aber ganz schön Leben abgezogen, bis ich es gecheckt habe. Ja genau, also die Fernseher haben halt sogenannte Upscaler, also in der Regel können die halt im Containerformat nur das ausgeben, was sie halt können. Ähm, und das wird dann halt hochskaliert. Oh, ich darf mich nicht berühren. Ich soll WhatsApp gucken oder du guckst WhatsApp? Bin verwirrt, Lu. Das wollte ich gerade fragen. Ähm, weil ich, weil du auf meine Frage gesagt hast, ich soll WhatsApp gucken. Ja, wie soll ich denn da vorbeikommen? Ich glaube, dass tatsächlich Monitore gar kein Upscaling haben. Achso, du hast mir ein Bild geschickt. Das kam unerwartet. Und der kann einfach porten. Ja, Sekunde. Äh, ich habe noch keine Ahnung, wo ich hin will. War das jetzt das erste Kreuz, was ich gesehen hatte? Oder war das hier? Äh. Scheiße, ich habe mir nicht mehr gemerkt, wo das erste Kreuz war. Ähm. Ja, okay, da wohl nicht. Ich habe neugierig, was hier Lu geschickt hat. Ach du heiliger Wimmermann, was ist das denn, Lu? Ist das die Grafikkarte oder der Monitor? Sieht aber auf jeden Fall ziemlich kacker aus. Ja, ich weiß halt nicht, was das Ziel ist. Kann sogar von der angenehmen Käfigraum. Ja, wo ist denn der Käfigraum? Ja, wo ist denn der Käfigraum? Wow. 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 Alter, das ist natürlich ärgerlich, ey Wobei, warte mal Machen wir mal ganz kurz hier Pause Lustigerweise, mein Bravia Im Urlaub, erster, zweiter Tag vom Urlaub Habe ich unten jetzt auch Einen Bildfehler, ich weiß noch nicht mal Wie ich ihn beschreiben soll Ich habe plötzlich wie ein OLED Burn-In Was so aussieht wie so eine Kurve Also es ist nicht genau am Rand, also wenn das der Rand ist Fängt hier so die Kurve an Und geht so runter, und das ist halt dunkel Wenn ich jetzt quasi das HDR-Testbild anmache Von der Playstation, habe ich hier quasi so einen richtig Dunkeln Schatten, der so bis in die Mitte Dann runter geht vom Monitor Also quasi die untere linke Ecke Knapp zwei Jahre alt Ich habe Amazon kontaktiert, ja jetzt soll Ein Repair-Service aus Oberhausen kommen Die aber schon gefragt haben, was die Seriennummer ist Das die eventuell tauschen wollen Sei es jetzt Fernseher oder Panel Keine Ahnung, wie gesagt Plötzlich im Urlaub, nach dem Wochenende, wo ich nicht da war Aus dem Urlaub wiedergekommen, angemacht, buff schwarz Also jetzt ist kein Pixelfehler Ist kein Array kaputt Sieht aus wie Burn-In, aber da es kein OLED ist Wüsste ich nicht, dass es Burn-In gibt Wie gesagt, ja mal gucken Ich hoffe, dass ich den auch dann irgendwie noch getauscht kriege Weil sonst brauche ich tatsächlich auch einen neuen Also gut, es geht noch Aber es ist halt Störend Ja, es ist halt Bei schwarz sehe ich es nicht Wenn das Bild ganz weiß ist, so graue Schatten Wie gesagt, Bilder hatte ich auch Kann ja gleich mal ein Bild schicken Wann, was sieht man das hier? Wobei, kann ich mal eben direkt hier ein Bild schicken Ich hoffe, das erkennt man hier so einigermaßen Ja, wie gesagt, klar Ist jetzt halt nur mit dem Handy halt aufgenommen Aber kannst dir halt vorstellen Wie es halt in echt halt aussieht Das heißt, ist halt unten die linke Ecke Und wie gesagt, ist halt nicht genau am Rand Ist halt so ein bisschen vom Rand weg Und zieht sich dann so bis in die Mitte Plötzlich so ein Schleier Keine Ahnung Total weird Ah ja, da ist der Käfig Musik lässt nach Das ist schon mal gut Und tatsächlich wäre das der erste Fernseher-Strich-Monitor Der bei mir kaputt geht Ich hab mich ja sonst immer beschwert Dass ich, ähm Dass die Dinger bei mir nie kaputt gehen Ey, jetzt wo ich keinen neuen will eigentlich Jetzt In Anführungsstrichen kaputt Weil normalerweise halten die bei mir ewig Und dann da kommen die bei mir einfach mal weg Da ist sie Körpers Ich bin auch nicht Ich bin auch nicht Ich bin auch nicht Ich bin auch nicht Deswegen, ich habe gestern sogar noch überlegt, aber ich weiß nicht, ich glaube, das wird nichts, ob ich nicht den Fernseher, der hier im Hintergrund hängt, als Main-Monitor oder Main-Fernseher dann nehmen soll, also den OLED, aber 55 Zoll ist halt echt bums groß für meinen Abstand. Den müsste ich dann vor mir an die Wand dübeln und den quasi, den ich jetzt als 43 Zoll habe, als Seiten-Monitor nehmen? Ach, ich weiß auch nicht, das ist alles Kacke, ey. Weil das war auch eine Überlegung, die ich halt hatte. Da siehst du ja noch weniger. Ja, da glaube ich auch. Naja, eben. Das heißt, ich gewinne nichts an Abstand, selbst wenn ich den an die Wand mache, ist der so weit weg. Naja, ich müsste halt... Naja, ich müsste dann halt so sitzen oder so. Ja, weiß ich nicht. Ich meine, theoretischerweise, ich meine, mit Mikrofon-Arm kriegst du das halt schon hin, dass ich mich halt so hinsetze. Ich glaube, das wird jetzt vielleicht noch gehen. Aber da sitze ich jetzt auch nochmal gefühlt, weiß ich nicht. Ist das schon ein halber Meter? Ein paar Zentimeter weiter weg auf jeden Fall. Ach ja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Und Matteng sei gerüst. Und Volango sei auch gerüst. Moin. So, wir sollten zum Käfig rauben. Jetzt bin ich... Ist etwas. Ja, der Käfigraum. Es war ein heißer Herbst, in dem ich mit der rastlosen Menge durch die Nacht zog. Er war eine Art reisender Künstler, der auf den Bühnen auftrat und große Furcht verbreitete. Die New Orleans-Adresse des Auftritts ist verloren. Aber ich erinnere mich, dass die Prax Shipping Company daran beteiligt war. Hey! Detektiv! Juan! 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 Ich hoffe, Sie haben gefunden, was Sie suchen. Ich fürchte, es gibt keine Dämpfe. Er suchet? Ich war schon nah dran. Ich muss etwas damit anfangen können. Komm schon, kann wie dick nach. Los! Importfirma. Pricks. Genau. Viel Glück, Detektiv. Gott sei Dank sind Sie hier, Detektiv. Jemand wie ich, allein an diesem Ort? Ich wäre in aller Munde, wenn die Presse das erfährt. Hey. Ruth, oder? Jetzt tun Sie doch nicht so. Ich bin sicher, Sie haben schon eine ganze Akte über mich, Detektiv. Ich schätze, wir wurden einander nicht vorgestellt. Ich bin Ruth Tolland, Miss Ruth Tolland, um genau zu sein. Edward Comby. Enchanté. Sicher? Ich hatte mehr als genug. Nett. Ganz gut. Ich weiß. Ich habe guten Geschmack, Detektiv. Ich hörte, Sie versuchten, Jeremies Pakt mit dem Schattenmann zu brechen. Ja. Wissen Sie irgendetwas über diese Dinge? Nein, aber ich frage mich, wenn er es versprochen hat, kann er nicht einfach zu seinem Wort stehen? Ich will Jeremy nur aus einem Schlamassel retten. Er soll mit uns zurück nach New Orleans. Falls alles schief geht? Was tun Sie da? Es ist ein Zeichen der Unterwerfung vorm Schattenmann. Ich habe es in einem Traum gesehen. Was? Was? Die Prax Shipping Company kennen Sie nicht zufällig. Oh doch, die haben im Krieg groß verdient. Ihre Büros sind direkt da drüben. Wie haben Sie das gemacht? Was denn, Detektiv? Bonne Chance. Okay. Hey, haben Sie Emily Hartwood gesehen? Wollen Sie mich eifersüchtig machen, Detektiv? Nein, ich habe Ihre Kleinen nicht gesehen. Tatsächlich muss ich sagen, also abgesehen mal von der Kopfposition, dritte Reihe Kio, dass man vielleicht so sitzen muss. Ähm. Ich finde das gar nicht schlecht. Und ich kann jetzt auch vielleicht erklären, wieso, dass ihr das nachvollziehen könnt. Also, nur jetzt mal als Beispiel, die normalen Augen mit der Welt funktionieren ja auch so, dass um dich rum überall Welt ist und nicht nur so. Ja, also die Welt ist jetzt ja nicht nur quasi, wenn ich Scheuklappen aufhabe mit dem, was ich sehe, so. Ähm. Kann mich ja umgucken und das ist Immersion. Und für mich ist das quasi Immersion, wenn ich gucke und keine Ränder sehe. Natürlich sehe ich nicht sofort ad hoc alles Wichtige, aber sehe ich jetzt ja auch nicht, weil ich muss jetzt für den Chat auch nach da gucken. Jetzt sehe ich das Spiel nicht. Jetzt sehe ich das Spiel, aber den Chat nicht. Aber dementsprechend, das ist halt so. Und wo das auch nochmal aufgegriffen wird im Kino, ist halt zum Beispiel, wenn ihr im IMAX seid. Ich war im IMAX Nürnberg. Ich weiß nicht, ob hier das IMAX so ist. Wo du so eine Kuppel hast, was so ähnlich ist wie, ähm, eine Sternwarte. Da sitzt du halt auch und das ist quasi über die Kuppel. Und du musst halt trotzdem deinen Kopf so ein bisschen halt bewegen, weil diese Kuppel halt gebogen ist. Ähm. Das ist halt Immersion. Also es soll ja quasi diese Illusion erschaffen, dass alles, was du siehst, halt quasi gerade passiert. Also die Welt ist. Beim Monitor, wenn er halt klein ist, klar, du siehst alles auf einen Blick, aber du siehst halt die ganze Zeit, dass es ein Monitor ist. Ich mag halt schon, wenn ich ins Zentrum gucke, dass quasi die Ränder schon wegfaden. Klar, du siehst dann in dem Moment vielleicht, wenn am Rand irgendwas ist, du übersiehst es halt. Klar, aber es passiert im Leben halt auch, ne? Wenn du über die Straße gehst und nicht nach links guckst, überfertig ich halt ein Auto. Kannst du auch nicht sagen, ja, sehe ich nicht. Ist halt zu immersiv. Also von daher, solange das nicht ein Kopfproblem wird im Sinne von, ich muss so gucken die ganze Zeit. Dritte Reihe Kino. Also theoretisch, wenn die Leinwand genau so vor meinen Augen wäre in der dritten Reihe, dann würde ich jetzt genau so auch ins Kino gehen, muss ich sagen. Also ich mag das, wenn ich mich halt umgebe und dann ab und zu vielleicht halt mal so zu gucken. Ja, aber ich glaube, das ist halt Geschmackssache, ne? Also wie gesagt, ich brauche halt nicht quasi alles so auf einen Blick, ne? Aber ja. Ja, ja gut, klar. Wenn er vorne links sitzt, ist es kacke. Und wie gesagt, klar, es sollte halt schon sehr viel auf dem Zentrum sein. Das ist ja zum Beispiel das, was ich halt manchmal bei UI-Entscheidungen in Spielen kritisiere, dass halt viele Dinge, gerade während des Kampfgeschehens, nicht im Zentrum sind, wo meine Figur ist, wo ich hingucke. Die sind halt nicht so konzipiert, oftmals. Stimme ich zu. Dann ist nämlich halt irgendwo, ploppt oben rechts weit auf oder unten rechts oder unten links oben in irgendeiner Ecke. Und gerade wenn ich auf das Zentrum gucke, sehe ich es halt nicht. Also ich nehme es nicht wahr, weil es halt quasi ausgefaded ist. Und das habe ich zum Beispiel bei, wo war es denn jetzt, was wir letztens gespielt haben? Gestern bei Stellarblade. Auch da, ich habe halt nicht gesehen, was ich gelootet habe. Das war so klein irgendwo in der Ecke, während ich am Kämpfen war. Ja, keine Ahnung, was ich da gelootet habe. Das ist halt, weiß ich nicht. Da finde ich wiederum das Loot-System aus Souls geil. Weil das, was du aufnimmst, ploppt unter deinem Charakter auf und du musst es einmal noch bestätigen. Finde ich halt cool, weil im Endeffekt das übersiehst du nicht. Also ich in dem Fall. Also dementsprechend das UI von Souls, auch so clunky, das manchmal ist, gerade so in Sachen looten und aufnehmen. Perfekt. Einfach mittig unter meinem Jar und nicht irgendwo weg am Rand. Keine Ahnung. Also, ja. Muss ich mich eigentlich mal heilen? Ja, machen wir mal. Ja, ich hatte Auto-Loot an. Klar, wenn es Auto-Loot gibt, dann mein Auto-Loot. Erkunde die Docks. Na gut. Erkunden wir. Von der anderen Seite verschlossen. Can't open from this side. Klar, aber ich kann halt verstehen, dass halt gerade Leute, die halt Competitive spielen oder FPS, also hier Shooter und so, dass die halt alles sehen wollen, weil die halt ja sehen wollen, wenn sich am linken Rand irgendjemand vielleicht ins Bild bewegt, wenn sie die Kamera drehen oder so, dass die den halt sofort dann aimen wollen und schießen. Die sind halt nicht quasi jetzt, wie ich, zentral fokussiert auf das Fadenkreuz, sondern versuchen halt alles im Blick zu behalten. Das tue ich halt nicht. Klar, also für sowas würde ich halt sagen, sind halt so riesige Bildschirme, wo du nicht alles überblicken kannst, halt eher von Nachteil. Definitiv. Ein Paddel. Es wird erstmal rumgepaddelt. Weggepaddelt. Wo war jetzt mein Hammer? Ah da. Wow, den kann ich schon nicht mehr nehmen, weil der kaputt ist. Und der Brennholzverleih. Okay, wir haben gerade auch Brennholz gemacht. Mit dem Paddel. Dankeschön. Für. Wo ich die bin. Ah, 63 Monate. Dankeschön. Danke dir. Es muss einen anderen Weg da reingeben. Okay. Der Kanalisation gibt es einen Tunnel, der direkt unter die Praximportgesellschaft führt. Ich wette, darüber komme ich rein. Auf jeden Fall noch was. Ein Getränk. Ah, die Maden machen wir. Die haben mir dann Schaden. Die habe ich gerade gar nicht gesehen. Bleiben da nämlich noch ein bisschen liegen. Geht auch zu. Ein Hammer. Ja, der Tooltip ist okay. Ich habe ihn verstanden, Spiel. Das ist, ähm, ist okay. Ja, ich glaube auch. Das Spiel möchte mir mehr Wurf-Items ans Herz legen. Oh, Short-Card gecuttet? Sonst war ja hier nichts, ne? Ne, okay. Warum kommst du eigentlich wieder? Oh, ich habe keine Kugeln mehr. Das ist auch schön. Ich habe gar keine Kugeln mehr. Dann nimm noch ein Rocher. Hä, habe ich jetzt hier die Tür auch aufgeschlossen? Welche Tür war denn gerade zu? Ach ne, die vor der Schrank, ne? Mit meinen bloßen Händen kriege ich das auf keinen Fall aus dem Weg. Aber wenn ich diesen Kran zum Laufen kriege, sollte es funktionieren. Mhm. Zeug! Lagen die Nappe. Mehr Pistolen kugeln? Das nehmen wir ja gerne mit. Gut. Gut. Dann haben wir die Seite fällig. Und gucken auf die Seite. Kam von hier, ne? Ja. Okay, das sieht sehr zu aus. Und da ist aber irgendwas drin. Da liegt noch ein Spaten. Wir haben noch nicht mal ein Maschinengewehr. Aber okay. Vielleicht kriege ich ja gleich ein Maschinengewehr. Ho, ho, ho. Jetzt habe ich eine Maschinengewehr. Da übersehe ich was? Wie komme ich denn da hin? Oh. Ja, schon mal nicht. Oh, übersehen. Ja, ist okay, Marcel. Ist okay. Also ist jetzt halt... Ja, rudimentär ist. Das klingt auch schon wieder so negativ. Ne, ja, Punkt. Ist okay. War das der Preis, was die dafür haben wollen? Um es vielleicht mal in Relation zum Preis zu setzen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das kostet. Weil, wie gesagt, wurde uns zur Verfügung gestellt. Aber ich würde sagen, so im Bereich... 40 Euro ist okay. Kämpfen finde ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht schlimm, Sascha. 59 Euro. Ja, gut. Würde ich vielleicht dann sagen, warte auf den Sale. Würde ich so sagen. Fertig. Ich kann jetzt mal wieder gut ein bisschen Problemkugel nochmal wieder bekommen. Das ist ja schon mal schön. Das klappere ich gerne. Oder was war dein Fazit, Sascha? Ich meine, du hast das Platin gespielt. Ich bin jetzt mal so. Ich bin jetzt nicht. Bisschen eng, ich wollte eigentlich an der Seite vorbei. Erstmal den Hut richten. Ja, ich treffe halt nicht gerade, weil das Zielfernrohr nicht da ist. Naja, das war jetzt dumm. Also das war zu eng für das Spiel. Äh, äh, wo bin ich nu? Also, weil ich da reingegangen bin, hat das Spiel gespeichert. Das ist ja ein Ding. Das ist ja ein Ding. Äh, okay. Ist ja gut, dass ich da dann doch reingegangen bin. Ja, das war jetzt wild. Ja, es war halt gerade zu eng. Ja. Ja, ja. Also, dementsprechend. Aber gut. Ich sag's dazu, ich komme halt eben auch von Resident Evil 1, Playstation 1. Da, äh, ne? Ähm, ist man sowas halt irgendwie gewöhnt. Ich kann auch verstehen, dass es halt viele mit heutzutage halt dann irgendwie als weird empfunden. Achso, das war ja nicht schleichend. Ohne dessen Spielbarkeit zu erreichen. Die Neun. Ja, ja, okay. Die Neun. Da stimme ich zu. Äh, aber das hier ist tausendmal besser als Resident Evil 1. Klar, na. Ja, die Neun nicht. Also, die Neun sind halt schon... ...deutlich, äh... ...besser. Tatsächlich, ja, in allen Belangen ist Resident Evil 7 und 8 halt besser. Also, äh, Steuerung, Gunplay, Atmosphäre, Grafik. Also, dementsprechend klar. Das vergleichs jetzt halt, wie gesagt, mit dem, was es eher sein will. Eher quasi klassisch in die Moderne. Klar, ist Resident Evil 7 letztendlich auch. Aber da ist das hier dann doch schon eher klassisch... ...Chill, als das ein Wort ist. Warum hab ich den Gegner eigentlich gerade gemacht? Das war ja total sinnlos. Worüber man jetzt vielleicht, sag ich mal, so ein bisschen, ähm, streiten kann. Ob man das halt mag oder nicht mag, ist dieses... ...Split-Szena... ...Split-Szenario... ...soll heißen... Du hast halt das Rätselhaus, was im Kern... ...das Rätselhaus ist. Also, das heißt, da rätselst du. Da passiert aber nix in dem Haus. Und dann hast du quasi diese, ich nenn's mal jetzt hier... ...Portal-Transcendence-Welten, wo du weißt... ...Okay, hier ist jetzt nix großartig mit Rätsel. Hier ist jetzt quasi Stealth und Kloppen. Oder Schießen. Ähm... Versucht ihr euch das mal einfach jetzt in Resident Evil vorzustellen. Das Herrenhaus aus Resident Evil 1. Und ja, plötzlich sind da keine Zombies drin und du rätselst nur. Und dann gehst du raus und draußen ist dann Schudi-Schudi. Und dann gehst du wieder rein rätseln. Also, ich bin nicht so unbedingt Fan von diesem Split-Setting. Ähm... ...weiß ich nicht. Also, ich hätte mir eher mehr von dem, was jetzt hier gerade in diesem Level ist, im Haus gewünscht. Ja? Also, dass du halt nicht immer jederzeit halt sagen kannst... ...Okay, jetzt ist gerade entspannt und ich muss nur Rätsel rätseln und von A nach B laufen. ... Oder um es andersrum zu sagen... Das gesamte Haus wirkt so ein bisschen wie, äh... ...wie ein riesiger Schreibmaschinenraum aus Resident Evil. Oder meinetwegen, wenn du es sogar mit Evil Within vergleichst, was ja auch quasi so in diese Richtung geht. Ähm... Halt wie die Area, wo du halt in... ...Evil Within aufwerten konntest. Ja... ...ja... Was haben wir denn dafür eigentlich bekommen? Anscheinend nur ein Text. Oh, okay. Äh... Äh... Ich glaube, das Problem, was der Alone in the Dark... Äh... ...Tschuldigung... ...Ellen Wake... ...hat... ...vom Kampfsystem... ...und das, äh... ...hab ich sogar beim zweiten Teil... ...dass ich nie so richtig sehe, wann ich den Schatten mit der Lampe aus den Schatten geholt habe, dass er verwundbar ist. Und was dazukommt, was halt doof ist, wenn du halt plötzlich keine Batterie mehr hast, um das zu tun. Weil dann kannst du ja nur noch vorbeilaufen. Also es ist ja im Endeffekt wie keine Munition haben. Nur, dass du halt Munition in der Waffe hast, aber nicht in der Lampe. Und das fand ich mal immer sehr schwierig zu erkennen. Also sowohl in Alan Wake 1 als auch 2. Wann die halt verwundbar sind. Ähm... Ich... Da würde ich sogar mit der Kritik halt mitgehen, dass man das vielleicht beides, also sowohl Teil 1 und 2 besser darstellen sollte. Weil sie danach immer noch sehr dunkel bleiben. Als ob sie immer noch Schatten sind. ... ... ... ... ... Ja, weiß ich nicht. Also das hatte ich halt. Deswegen kann ich das noch ein bisschen zumindest nachvollziehen. Ja, aber das ist ja super ineffizient. Das ist ja halt wie schießen ohne Aim. So nach dem Motto. Ah, okay. Aber jetzt überspitzt. Ah, hier ist die Maschinenpistole. Now I have a Tommy gun. Hey, so eine wollte ich immer schon mal ausprobieren. Ratatatatat. Ah ja, die ist jetzt da. Okay, verstehe. Unsere Schiffe wurden am Dock überfallen. Alle von seinen Gegenständen wurden sichergestellt. Aber Blut ist vergossen worden. Mehrere Männer wurden in den Mississippi getragen und dort von jenen ertränkt, die in den Tiefen leben. Ah, alle Gegenstände sind geliefert und quittiert worden. Jetzt sollten die Papiere gut verwahrt werden. Links ein, rechts leere. Noch... Maschinengewehr, Munition am Pokertisch. Na klar, man kennt's. Äh, kennen wir die Kombination schon, Chat? Ich habe nämlich nichts mit Kombinationen gesehen. Äh, warte mal. Was war das? Links liegt ein, rechts leere? Nichts. Äh, keine Ahnung. Zweck ich nicht. Interessant ist, dass auch die deutsche und englische Übersetzung komplett auseinander liegen. Also im Original heißt es, What is left, later is right, and hell is back again. Und übersetzt haben sie es mit, links liegt pein? Rechts die leere? Und willst du zurück, so musst du dich dem Hass stellen? Hä? Was ist das denn für eine Übersetzung? Hat das jetzt was mit dem Safe zu tun? Weil das wäre jetzt so das Einzige. Aber, ja, wie peinleere hast... Ja, aber wie soll ich das denn jetzt in Kombination bringen mit Zahlen? Also, klar, hier stehen irgendwo Zahlen. Aber ich weiß halt nicht, ob das jetzt hier irgendwas damit zu tun hat. Hat das Bild damit was zu tun? Oder ist das Bild davon unabhängig? Das Bild hat nichts damit zu tun. Okay. Ja, aber wie kriege ich denn dann Pein, Hass und Leere in irgendwas, was Zahlen sind? Also, Chat, ihr dürft gerne euren Punkt verdienen. Ich habe keinen Schimmer. Weil ich wüsste jetzt nicht, wo ich nachschauen soll. Weiß ich nicht. Irgendwie war Kahn wie nach New Orleans zurückgekehrt, in die Nähe der Docks. Er konnte das stechende Aroma des Mississippi River riechen. Vor ihm lag die Prex-Importgesellschaft. Laut dem Buch in der Bibliothek sollte er dort drin die Adresse finden, an der Jeremy das erste Mal auf den Schattenmann getroffen war. Von Assa sei gegrüßt. Hä? Ja, habe ich ja schon gesagt, dass mir das auffällt, dass es nicht gleich ist. Vielleicht die Anzahl der Buchstaben von den fetten Wörtern? Ja, links, rechts und zurück. Und dann also quasi links drehen, rechts drehen und wieder links drehen. Aber, ja, keine Ahnung. Also, mit den fetten Worten wäre es dann halt, weiß ich nicht, 4, 5, 4 oder was? Dann kannst du gerne mal ausprobieren, aber... Hä, aber wo ist denn überhaupt eine 4? Hä? Ich habe überhaupt nichts, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur links und rechts geklickt. Ich habe keine Ahnung, warum ich es jetzt gelöst habe. Also, ist okay. Äh, ich habe das Rätsel völlig verstanden. Ihr dürft natürlich jetzt auch mal erklären, warum das so war. Damit ich auch überprüfen kann, ob ihr das auch verstanden habt. Weil ich habe es natürlich vollumfänglich verstanden. Was? Ja, ist okay. Die Kombination ergibt sich durch die Anzahl der Buchstaben der Wörter. Ja, aber 4, 5, 4 war es ja jetzt nicht, oder nicht? Das war ja jetzt anscheinend 5, 6, keine Ahnung. I don't know. Frachtmanifest. 19. September 1892. Prex Importgesellschaft hat geliefert. Vier Überseekoffer. Einen ägyptischen Sarkophag. Eine große Holzkiste. Eigentum des Bühnenkünstlers. Bekannt als... Der schwarze Pharao. Der in der Galatin Street auftritt. Aha. Los geht's. Das ist die Adresse, an der Jeremy, dem Schattenmann, das erste Mal begegnet ist. Na gut. Sprezel erkannt. Rätsel gewandt. Die Frage, die ich mir stelle, kann ich hier jetzt einfach runterspringen? Ja, ein Mann. Vor. Vierheanz? Vierheanz? Vor. Vierheanz, meine Frau. Hör! Nach coolests zu遊ng! Da tä Wow, aber wie sie trocken. Mit allen Mitteln. Keine Ahnung, was ich getan habe. Wahrscheinlich habe ich alles weggebrutzelt. Wer kriegt jetzt die Rätsellösung? Geht schon an Chat. Ich habe ja nicht so viel gemacht. Wobei ich gerade gesehen habe, kam ich gerade von unten von der Kanalisation. Okay, dann gehen wir jetzt die Straße runter. Der Nebel hat sich gelichtet. Sieht so aus, als habe der Nebel sich gelichtet. Sieht so aus. Sieht so aus. Wie geht die Tür auf? Ja, okay. Will ich da jetzt hin? Will ich da nicht hin? Von Ziel sei gegrüßt. Cam ist unscharf. Warte, erlaubt sich die Cam denn? Lass mal hier eine rein gönnen. Ja, wir müssten theoretisch mal ein Chat-Command finden, dass ihr den Fokus der Kamera bedienen könnt. Weiß ich nicht, warum die Cam... Ich habe heute auch irgendwie Probleme mit der Cam. Das ist doch alles... Kacke. Ah. Das ist Edward Norton. Da ist ja halt Edward Norton scharf. Der Kamerad hat gerade gar keinen Bock. Der Kamerad hat ja nicht mehr ein Chat-Assikt. Zumal. Der Kamerad Hola. Besser. Denken wir? Ah, ja war perfekt scharf ne, würde ich auch sagen. Nein, nicht dafür, ich hab zu langen Stil. Ey sag mal, was ist das eigentlich für ein Haus? Tausend Ebenen, aber da ist nix drin in den Ebenen. Also wer baut denn solche Häuser? Also es ist halt nur hoch. Das Haus muss ja super schmal sein. Hä? Komisches Haus. Ja, wie ein Leuchtturm. Ey toll, jetzt ist die aber auch schon wieder unscharf. Also die mag tatsächlich Edward Norton mehr als mich oder so. Weiß auch nicht. Doofe Kamera. Sagen Sie mir, was das alles soll? Willkommen, Detective, zur größten Show diesseits des Mississippis. Niala Totep, der schwarze Pfarrau. Der uralte Magier, der tausend Leben lebte und tausend Masken trug. Ich verstehe, warum Sie ihn Schattenmann nennen. Spart Worte. Also, Sie hatten Angst vor einem Bühnenzauberer. Und jetzt lebt er in Ihrem Kopf. Spotten Sie nur, Detective. Aber Sie sind verrückt, wenn Sie glauben, man könnte ihn ignorieren. Sehen Sie sich um! Wir konnten unser letztes Gespräch nicht beenden. Sie wollten mir sagen, wie man den Pakt zwischen ihnen bricht. Nein, das geht nicht. Es würde Sie auf die Welt loslassen. So viele Unschuldige würden sterben. Aber es gibt einen Weg aus dem Vertrag. Gibt es. Er zeigte mir einen Ausweg, was man tun muss. Und was ist das? Das finden Sie nie heraus. Es ist für immer und ewig in seinem Wüstentempel verborgen. Jeremy, ich bin nicht Ihr Feind. Sagen Sie mir, wo ich hin muss. Wo ist der Tempel? Nein, es geht nicht! Ich muss dieses Opfer bringen! Gottverdammt, Jeremy! Ich werde Sie retten! Keine Sorge! Der wird halt super viel rumgeschubst, der arme Mann. Wie rettet man jemand, der nicht gerettet werden will? Naja, er wird so oder so gerettet. Ich muss nur irgendwie diesen Tempel finden. Ich habe gerade ein Flashback. Kein Retter ohne Gerettete. Keine Gerettete ohne Retter. Ne? Ihr wisst ja, wie es funktioniert. Okay, hier brauche ich eine Zahlenkombination, die ich jetzt aber noch nicht kenne. Was? Ach, eilige Scheiße. Was soll ich denn jetzt hier schon wieder drauf erkennen? M2? M2? X? Ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Weil X ist 10. 10 gibt es nicht. Also ich weiß nicht, was ich hieran jetzt erkennen soll. Also eine 2 erkenne ich. Ich weiß nicht, was das da unten ist. In der Mitte. Wie gesagt, keine Ahnung. Sieht aus wie M2. Don't know. Und ein X. Oder ein H. Aber, äh, wie soll ich das jetzt in Zahlen umwandeln? Ich habe keinen Schimmer. Ich weiß nicht. Die Adresse an der Jeremy... Ja, aber... Das nützt mir ja nix. Das ist ja die Scheibe, die da unten quasi liegt. Aber auch da sehe ich die... Dings. Nicht. Was ist da? 411? Check ich nicht. Die obere Reihe. Hä? Das da? Dritte von oben reicht. Ah. 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 Ja, das ergibt Sinn. Äh, das ergibt Sinn. Also wir haben einmal... Äh, zwei? 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 Zwei, vier, fünf, sechs, sieben. Ah. Tun nicht. Das ist ja natürlich schon wieder tragisch. Das ist ja tragisch. Also zwei, drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und was war das andere? Und was war das andere? Wo ist denn das M2? Ne, das war das. Was war das andere? Ah? M2? Achso, die zwei. Das ist... Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hm? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Also müsste das jetzt tatsächlich diese Kombination aus den drei, zwei, acht, fünf sein. Naja, stimmt. Das war's. Okay, danke. Also es ist dann noch wiederum umgekehrt, weil... A außen ist... Das A ist außen. Also sind wir da bei... Fünf... Zwei... A acht. Richtig? Zwei... Zwei... Hab ich gemacht. Das ist aber nicht richtig. Warum nicht? Ah. Also. H. 2. M. So. 1, 2, 3, 4, 5 also h ist 5 dann haben wir, wie gesagt, 2 1, 2, 3, 4, 5 was? was habe ich gesagt? jetzt bin ich verwirrt, was ist denn das h und die 2? nee, ich habe es ja genau falsch rum gemacht also nee, doch, 5 die 2 ist die 2 oder ist das ist alles so abstrakt mit meinem Kopf und diese Uhrzeit, was ist denn das bitte? können die nicht einfach sinnvolle Symbole machen? wer macht denn sowas? na, dann ist die h das h ist die 2 also dann habe ich es genau falsch rum gemacht 2 2, 5, 8 so rum die beiden vertauscht, weil die sich schon wieder zu ähnlich aussehen 1 1 wieder aktiviert um dann ist die 2 2 2 was passiert wo sind wir jetzt verliere den Verstand wandere in die Wüste ja ist ja ein Ding turn around ok was machen wir hier ich kenne mich mit Sternzeichen halt gar nicht aus also wie auf das Hals der versunkene Wüstentempel Mumpitz für mich Mumpitz Anker ich brauche anscheinend erstmal ein Seil hallo ich möchte bitte Seil kaufen wollen wir noch einen Anker achso oder wir verankern einfach das Seil der Tempel von Nefren K liegt unter unserem Lager diese unheilige Stätte ist nicht eingestürzt und das trotz aller gegenteiliger Bemühungen aber sie ist im Sand versunken der Pharao ist schon lange tot und sein Name wurde methodisch aus allen alten Schriften getilgt aber diese Stätte des Blutes und des Schreckens die gibt es immer noch der Tempel soll lichtlos sein erbaut um all die Schrecken der Finsternis zu beherbergen die in diesem Universum umgehen durch das Anrufen der Götter wurde eine Brücke zwischen unserer Welt und der ihren geschaffen der schreckliche Aldebaran von Taurus die schwarze Sonne wurde als der wichtigste Stern im Nachthimmel angesehen denn laut dem Kitab al-Asif war dies der Ursprung des kriechenden Chaos das Mania Latotep nennt angeblich konnten die Priester mit uralten Mechanismen Schächte öffnen die wiederum das Licht bündelten das von dem seltsamen Stein namens leuchtender Trapezoede ausging wenn sich die Lichtstrahlen über der Statue des dunklen Mannes vereinigten wurden sie durchs All in Richtung schwarzer Sonne geschickt eine Botschaft an die Götter es gibt keine Aufzeichnungen darüber welche Gaben den Kultisten dafür gewährt wurden aber man geht oft von dunklen Blutpakten aus dunkle Wunder im Austausch für Seelen Lieblingsabschnitt sagst du na ich geh mal Pipi machen sind so Vorfäder da BRB ist die am meisten aus vom Ah. So. Ja dann, wären wir gespannt. Sehen ja schon halb aus wie eine halber Indiana Jones. Warte, 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 warte. Da stand jetzt gerade wirklich eine Maschinengewehrpistole, äh, Kugel. Wow. Spiel gönnt ja richtig. Nicht zu viel bitte. Ach du Scheiße. Ich verstehe glaube ich, was er meint. Okay, doch nicht. Auf geht's. Schalke, schieß ein Tor. Ach Gott, jetzt ist hier schon wieder Sternzeichenrätsel. Sternzeichenrätsel. Sternzeichenrätsel Deluxe Chat. Ganope. Der hat X-Mark hier den Spot. Der hat X-Mark hier den Spot. Die Sagen. Okay. Also Rätsel ist... Ich habe ein Gefühl, dass der Vertrag hier irgendwo versteckt ist. Aber wie komme ich ran? Rätsel ist, ich muss wahrscheinlich Strahlen umleiten. Was war das jetzt? Okay, anscheinend nix. Die Frage, die ich mir stelle, warum ist diese Tür jetzt aufgegangen? Oder war die auf und ich kam daher? Ne, ich bin von oben reingefallen. Hä? Von wo bin ich jetzt überhaupt gekommen? Achso, das Seil ist weg. Na ja, gut. Dann kommen wir ja auch nicht wieder zurück. Da ist aber nix drin. Und... Der Horizont. Aber wieder ne Scheibe. Push the button. Das sieht funktionstüchtig aus. Das sieht funktionstüchtig aus. Das hat geklappt. Okay, kann ich aber auch anscheinend nicht mehr mitnehmen. Kann er nicht. Rätsel, Rätsel, Rätselei. Wir gehen in den ersten Stock hinein. Okay, das hat sich nicht so ganz gereimt. Okay. Okay. Oh, schon wieder Fledermäuse. Wow. Okay, hier gibt es auf jeden Fall viele Wege. Achso, da brauche ich erstmal wieder so ein Linsending. War das Rätselpunkt wert? Ja, das weiß ich nicht. Aber bis jetzt wahrscheinlich nicht, ne? Okay, hier kann ich noch nichts machen. Ja, da muss jetzt was kaputt gewesen. Von daher haben wir jetzt zumindest ne Pikacke, womit wir die Batmans wegmachen können. Och nö ey, jetzt ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich jetzt hier das Ding sehe... Das ist ja super. Ich sehe einen Punkt. Achso, ich kann dann einfach viele Türen öffnen. Das ist ja fantastisch. Hä? Das hat geklappt. Ich weiß nicht, ob das alles so geplant war. Also so gewollt. Alter, ich will doch einfach nur hier diese Treppe hoch. Ich weiß nicht, ob wir die Kabel hochladen. Ja, ne, die Türen sind ja unten aufgegangen, lustigerweise. Aber die Strahlen müssen auch nicht draufbleiben, anscheinend. Äh, das ist halt das Verwirrende. Ich hätte nämlich jetzt gedacht, dass die Strahlen draufbleiben müssen. Aber wie komme ich jetzt hier wieder runter? Aber wir haben jetzt ja zwei Türen unten aufgemacht. Aber ich, warte mal, war das hier? Ja. Nimm halt mal mit. Also wofür diese Kisten sind, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Im Endeffekt kannst du jede Kiste aufmachen, aber es ist nie was drin. Letztendlich los. Oh, ist der zweite. Ne, den anderen haben wir ja quasi da gelassen, ne? Haben wir den jetzt eigentlich noch behalten? Ne, tatsächlich nicht. Also im Endeffekt, den haben wir ja gerade eingesetzt. Äh. Äh, die Tür da habe ich jetzt aufgemacht und die Tür. Was ist mit ihm? Alter, was hat er? Geblendet vom Licht oder was? Ja, ich glaube der war geblendet vom Licht oder meiner Schönheit. Man weiß es noch nicht. So, der Ballerbeauftragte wurde auch glücklich gestellt, wenn er hier schon keine Upgrades bekommt. Ah, toll. Wow, natürlich, natürlich. Ah. Pistoleros El Cublos. Eine ganze Kugel. Mann. Das ist ja fantastisch. Dann machen wir Licht an. Gibt es hier noch einen Spiegel? Ne. Ist das jetzt richtig? Ich denke mal, ne. Alphi, was anderes gibt es ja hier nicht. Und wir sind durchlässig. Unser Kopf ist hohl. Hä? 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 Da ist noch eins. Ähm. Kann ich nicht nehmen, Chet. Das ist Deko. So, damit haben wir nochmal zwei Scheiben, die wir jetzt eigentlich einsetzen können. Warum kann ich eigentlich die Scheibe hier nicht mobsen? Einfach drauf wichsen. Achso, das war... Oh, jetzt kann ich die andere nicht mehr nehmen. Egal. Also das habe ich auf der anderen Seite, muss ich das Ding einsetzen und oben. Wie da seid ihr wieder? Hä, die waren nicht weg. Waren wir weg? Wo waren wir? Wo warst du? Ah ja, Wodafone, Kunde. Man kennt's. Huh. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich muss jetzt erst nach oben. Also ich muss da alle drei Lichter lichtern. Nee, tatsächlich dein Netz, dein Netz, Stefan. Bei mir war alles gut. Wobei tatsächlich, lustigerweise, also wenn ich jetzt im Moment Framedrops wäre, aufgrund dieser Monitorproblematik, im Moment, sehe ich das nicht. Also das heißt, da müsstet ihr mich dann drauf hinweisen. Ich will erst mal noch da oben. Wo komme ich denn da hin? Ist ja eine Sklappe. Ah ja. Ah jetzt ja. Ich freu jetzt hier doch schon wieder Fledermäuse. Ja, natürlich, natürlich. Many Batmans, now handle them. Entschuldigung, war laut. Äh, so. Jetzt müssen wir mal wieder runter. Genau, das ist, ich spiele gerade Skyrim, Chat. So habe ich mich immer bei Skyrim gefühlt. Äh, nee, ich wollte eigentlich nach oben. Wolle ich ja nach oben. Ich bin Solz-Profi. Ja, wir im Fuchten sind wir alle großartig. Nee, hier gehe ich ja irgendwie falsch. Kam ich von hier nach da? Ah, hier, ne? Beim nächsten Hals, bitte wenden. Mach mich besser auf den Weg nach oben. Ja, aber war easy, ne? Rätsel erkannt, Rätsel gebannt. Chillig gelöst. Außer, dass der Tempel gerade einstürzt. Indiana Jones Flashback. Ich habe es ja noch nicht mal angefasst. Ach was. Tastisch. So, alle Türen zu. X markiert den Spot. Jetzt haben wir einen Dolch. Oder einen Briefwaffner. Nein, Briefwaffner eher nicht. Erkennt psychologisches Trauma. Durchbrecht die Wände der Selbsttäuschung. Zügelt manisches Verhalten. Die Bedingung des Schattenmanns. Der Vertrag. Wie viele Kapitel haben wir das Spiel? Das ist ja 5. Jetzt gleich fällst er wieder hoch. Hallo. Hallo Londo Flashbacks. Aufnahm, Anno Londo. Kapitel wir. Hey. Hey, Detective. Was tun Sie da? Ich hab was gefunden. Toll! War es Alkohol? Gott, nein, mir hat es nur kurz den Atem verschlagen. Ich glaub, ich weiß, wie man den Pakt des Schattenmanns bricht. Was genau soll das bedeuten? Dass alles wieder normal wird. Äh, na schön. Äh, ich habe mehr Informationen über der Sado und die Patienten. Hier gehen einige wirklich seltsame Dinge vor. Ich glaube, zwei der Patienten sind tot, vielleicht auch der Buchhalter. Oh ja, ich hab bloß aufgehört, mir Sorgen zu machen. Tja, halten Sie einfach die Augen offen, schätze ich. Was haben Sie nochmal gemacht? Jeremy hat ein Pakt mit dem Schattenmann geschlossen, damit der Wahnsinn nicht raus kann. Na schön. Ich werde ihn brechen, ich hab nur... Wo ist der... Wo ist der Talisman? Hängt um Ihren Hals. Ach. Ach. Ich mache mir Sorgen, Detective. Quatsch, mir geht's gut. Ich mache mir Sorgen, dass Sie keine große Hilfe sind. Aber wenigstens sind Sie eine Ablenkung. Vertrauen Sie mir. Ihr Geld ist gut angelegt. So wie es läuft, bin ich ein absolutes Schnäppchen. Finde ich auch. Ist halt nicht der Hopper, den wir kennen. Wo riecht denn das Büro ein? Äh, wo bin ich eigentlich gerade? Bin ich im Haus? Bin ich im Haus? Oben? Ah ja, im Treppenhaus der Dachbrunnen, aber der ist noch zu. Äh, wo sollen wir jetzt reinbrechen? Kambi hätte nicht gedacht, sich jemals so sehr darüber zu freuen, wieder in Decedo zu sein. Es fühlte sich an, als wäre er durch einen langen, dunklen Tunnel an Leid und Reue gekrochen. Jetzt, da er wieder zurück war, konnte Kambi sich den im Vertrag erwähnten Schritten widmen. Aber eine Sache nagte noch an ihm. Was genau hatte das alles mit Dr. Gray zu tun? Ja. Dr. Gray. Wo ist das denn? Dr. Grays Wohnung? Dr. Grays Büro, da unten. Also irgendwie Richtung Erdgeschoss. Genau was diesem Wacken noch gefehlt hat, bin ich hinter Grundstimmung. Ich brauche den Schlüssel. Aber Schluss. Er muss doch hier irgendwo sein. Er würde das Haus nicht verlassen. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Hast du den Detektiv gesehen? Wer ist der? Kann man ihm trauen? Ich glaube, er gehört zu den Guten. Du weißt schon, wie wir. Wird er ihr Erscheinen gut heißen? Gepriesen sei die Mutter. Er muss davon nichts erfahren. Deswegen Jereby hier. Beruhig dich. Ist noch nicht so weit. Oh Gott, es tut weh. So wie ich das sehe, scheint der Detektiv Probleme zu lösen. Nicht zu machen. Sei einfach wachsam, falls er doch etwas anstellt. Oh Mann, hey. Die zwei Pfleger hatten Jeremy immer. Nein, ich will da hin. Genau. Yes, Sir. Also ins S-Zimmer. Okay, ich komme nicht ins S-Zimmer. Okay, ich komme nicht ins S-Zimmer. Aber die Veranda ist cool. Ja, einen anderen Weg in die Treppenhalle. Hä? Hä? Aber es gibt ja keinen anderen Weg. Also ich könnte über die Veranda halt. Äh. Wie soll ich denn da hinkommen? Achso, von unten. Ja. Aber wo? Hä? Ne, da geht es ja nur nach oben. Also ich müsste nach oben. Aber da ist auch zu. Warum ist nicht jetzt hier alles zu? Also da müsste ich über die Galerie quasi wegen schlechtem Wetter geschlossen. da ist der Moonpilz. Hier? Ne, das ist schon wieder da. Blo. Ist blockiert. Alter. Ne, da muss ich nach oben. Ich will den Pflegern jetzt nicht begegnen. Ich weiß nicht, ob ich denen vertrauen kann. Ich glaube, Dr. Grey ist da drin. Ich glaube, Dr. Grey ist da drin. Also wäre jetzt eine gute... Zeit, um sein Büro zu durchsuchen. Ja, das Problem ist, ich komme hier nirgends wohl weg. Das ist eher so ein Problem. Äh? Wintergarten. Anfang 1909 wurde die alte Villa de Sedo außerhalb von New Orleans in eine Künstlerkolonie umgewidmet. Drei berühmte europäische Künstler mieteten das Haus und das umliegende Land von den Besitzern, der Familie Ledoux. Die Kolonie wurde in erster Linie von Sebastian Cortes geleitet, der von seinen Gleichgesinnten William Arges und Heinrich Kassel liebevoll der Kapitän genannt wurde. Die Kolonie bestand sechs Jahre lang, bis eines Tages alle zwölf Mitglieder ohne Spur verschwanden. Man geht im Allgemeinen davon aus, dass ihr Verschwinden mit einem zerstörerischen Hurrikan zusammenhing, der am 29. September 1915 die Region heimsuchte. Aber es gibt keine klaren Hinweise, die diese Annahme unterfüttern. Klar belegt es dafür ihre häufige Teilnahme am Nachtleben von New Orleans. Ihre Begeisterung am Geben von Feiern und ihre ausufernden Beiträge zu den Mardi Gras Paraden, als die Piraten von Ponchatrain. Berichte über ihre Lebensweise finden sich in nahezu allen Klatschspalten. Insgesamt könnte man sie als sorglos und unkonventionell beschreiben. Ende Juni 1909 erschien der Name Astarte das erste Mal in den Zeitungen. Cortes sagte, der Name wäre ihm beim Malen in den Sinn gekommen. Es gibt keine Erwähnung, dass er vorher von der antiken phönizischen Fruchtbarkeitsgottheit wusste, die den gleichen Namen trug. Sein Mitkolonist Heinrich Kassel wusste aber von der Verbindung, weil er später Skulpturen schuf, die eindeutig Anspielungen auf uralte Idole der Gottheit waren. Es ist unmöglich nachzuvollziehen, wie der Name so plötzlich ins Spiel kam. Aber er ist aufgrund von DeSettos Geschichte besonders interessant. Ja, schlecht abgemischt. Selbst der Name DeSetto ist der einer syrischen Fruchtbarkeits... Alter! Okay. Too long to read. Ähm, den hier. Naja, teilweise sind halt sehr komische Tonabmischungen. Ja, aber wie komme ich denn jetzt hier nach oben? Also über den Wintergarten geht es nicht nach oben. Achso, man ist nach unten. Achso, die Veranda meinst du? Das ist ein paar Wagen zu machen. Also über den Wagen zum Bedenken. Und das ist eine große Wagen. Das ist eine Klänge. Das ist eine Klänge zu machen. Versuch die Verandaise. Das ist eine Träger der Wagen. Da habe ich ganz viel vor. Und ich bin ganz gut drin. Aber der Wagen vor mir los war im Be revise. Aber was ist so, was ich? Da habe ich Leben sicher. Aber jetzt ist auch so. Eine sich so, die Verandaise. Und ich bin, dass das Schwer werde ich noch nicht zur Verfügung. Aber das ist. Das ist der Schwer. Und deswegen weiß ich. War wohl richtig. War wohl richtig. Warum wir das jetzt machen mussten, war mir jetzt zwar nicht ganz so klar, aber ja, hurra. Ne, der Empfang ist da drüben. Irgendwo da drin muss es einen Ersatzschlüssel für Dr. Grays Büro geben. Oh, ich brauche den Schlüssel. Ich habe dafür nicht die Kombination, aber vielleicht hatte sie Jeremy. Ich verstehe nicht, warum da oben so ein Untersuchungssymbol ist, weil ich kann ja nicht wirklich untersuchen. Ich fühle mich, Lu. Ich fühle mich. Kann ich das schon jetzt öffnen, Schatz? Okay, dann verstehe ich nicht, wie. Ich fühle mich. Ich brauche einen Tipp, wo ich jetzt tatsächlich Symbole wieder zuordnen kann zu irgendwas. Ja, Buch habe ich nicht. Keine Ahnung. Boah, willst du mir jetzt sagen, dass ich jetzt wirklich wieder nach oben muss? Ah, okay, das geht eventuell sobar. Oh, anche mal. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Stefan, ich habe gute Nachrichten. Ich habe gerade das neue Passwort zugeschickt bekommen vom Tutsch-Support. Also ich hoffe, das ist jetzt auch für den richtigen Account. Und nicht für meinen Main-Account. Weil sie haben mich begrüßt mit Hazeless Sockt. Ich hoffe, das war denen jetzt klar, dass das für den anderen ein Account ist. Ja, aber keine Ahnung. Schick da einfach mal. Äh, ja warte mal, muss ich mal irgendwie rauskopieren. Kannst du mir mal ganz kurz eine iMessage schicken, Stefan? Dann schicke ich es dir per iMessage. Ich danke dir. Wie gesagt, ich sage einloggen und das Passwort dann ändern. Ähm. Ja, von daher. Naja. Aber keine Ahnung. Kannst du erstmal probieren. Und im Zweifel, wenn du dann einloggen kannst, guck mal welche E-Mail verknüpft ist. Das wäre nochmal interessant zu wissen. Aber das weiß ich nämlich leider auch nicht. Ich habe das Gefühl, ich gehe hier gerade schon wieder im Kreis. Hilfe. Probier mal einer, gib mal ein Moped-Bot-Befehl geradeaus, ob der jetzt noch da ist oder ob der dadurch auch jetzt ein neues O-Aus-Token bekommen hat. Könnte passiert sein. Bin mir nicht sicher. Okay. 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 Also da ist er noch. Ich bin dran. Hey Grace, geht's dir gut? Oh, ihr geht's einfach prächtig. Detective. Freust du dich denn schon auf das Johannesfest, Grace? Kannst nicht erwarten. Kinder. Wunderbar, oder? Was genau ist der Plan für heute Abend? Oh, nicht viel. Wir essen, trinken und dann ehren wir den Wunschbaum im Wintergarten. Das Übliche. Warum dann die Aufregung? Heute Abend ist einfach besonders. Etwas ist anders. Wir spüren es alle. Außerdem haben wir ein paar neue Worte für das Gebet. Dank ihres Freundes Jeremy. Sie wird kommen und die ganze Welt verändern. Und alles wird neu beginnen. Das klingt seltsam bedrohlich. Sie sollten kommen. Gottverdammt, Grace! Lauf einmal nicht weg! Du brauchst die Bestätigung, Stefan. Ja, tatsächlich. Also die E-Mail kriege ich anscheinend. Das ist ja interessant. Kriege ich die rüber. Das funktioniert! Wir haben es repariert, Chat. Twitch ist ja doch noch sowas zu gebrauchen. Ist ja fantastisch. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, ey. Aber an was für eine E-Mail-Adresse ging das denn jetzt? Also die haben es anscheinend auf meine E-Mail-Adresse jetzt geändert. Weil das ist ja meine normale E-Mail-Adresse. Voll geil! Ach, ich bin glücklich. Ich bin glücklich! Jetzt kommt bald der Super-Bot. Stefan hat versprochen, jetzt kommt bald der Super-Bot. War ich jetzt eigentlich bei Jeremy drin? Und was hat mir das jetzt geholfen? Und warum bin ich jetzt im Wohnzimmer? Ich bin verwirrt. Hä? Warum bin ich jetzt hier? Nur Schlüssel-Erdgeschoss. Also manchmal passieren hier komische Dinge in dem Spiel, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann. So, hier ist jetzt Jeremys Zimmer, ja? Aber was soll ich jetzt hier noch machen? Achso, da ist das Jacke gefallen. Achso, das ist ein anderes Raum. Achso, das ist ein anderes Raum. Und habe mich in ein Versteck zurückgezogen. Haben wir nicht gesehen, Entschuldigung. Und warum Cassandras Raum? Gut, vielleicht war ich jetzt gerade einmal abgelenkt. Aber wieso denn jetzt Cassandras Raum? Und wo ist der? Ah, ah ok. Da wo ich jetzt gerade... Dann vermute ich, dass sie die E-Mail-Adresse geändert haben. Ich glaube. Dann vermute ich, dass sie die E-Mail-Adresse geändert haben. Die passt. Die ist okay. Die ist super, die Mail. Also warum ich jetzt aber hier hin soll, weiß ich nicht. Also das... Zumal wir ja quasi hier jetzt auch schon mal waren mit dem Rätsel. Jeremy wusste, dass der Einzige, der ihm jetzt noch helfen konnte, der Gast in Zimmer Nummer 3 war. Der Raum schien ihm so lange leer gestanden zu haben. Aber das durfte nicht wahr sein. Die Geschichte musste anders lauten. Etwas von draußen beinhalten. Er würde den Gast zurück zu Zimmer 3 bringen und ihm zeigen, was sich im Safe befand. 9, 1, 3, aber das war nicht die richtigen Zahlen. Das war die Kombination für den Safe in der Verwaltung. Okay. Das ja... Also das ist halt... Das ist irgendwie alles manchmal hier nicht so für mich nachvollziehbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil hier passieren manchmal Dinge, die sind... Ja, komisch. Also für mich nicht so ableitbar. Die E-Mail... Also ich glaube, ich habe den Account noch erstellt, wo du nicht mit mehreren Mail-Adressen das erstellen konntest. Dummerweise habe ich jetzt natürlich die E-Mail aber auch nicht probiert, weil ich davon ausgegangen bin. Ich habe alle sämtlichen anderen E-Mail-Adressen probiert. Vielleicht war es aber doch so. Ich weiß es wirklich nicht, Herr Tricks. Ich hätte es wirklich mal probieren sollen. Aber weil ich genau diesen Gedanken hatte, nee, ging... Ich musste damals eine andere Mail-Adresse nehmen. Ähm... Ja. Maybe? Nein, 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 nein! Warum habe ich jetzt hier eigentlich aufgeschlossen? Ich kann nicht weg. Ich habe einen Job zu erledigen. So, safe, safe. Ähm... Davon ab... Ähm... Brauchen wir noch einen Stream? Also quasi noch einen und dann sind wir durch oder ist es gar nicht mehr so lange? Ähm... Ähm... Neun? Eins, drei. Das war schon wieder falsch. Links, rechts? Ja, ist doch links. Neun. Eins. Oh. Ja, ist recht. Ich erkenne den Fehler. Es hat geklappt. Ja, das war schlecht davon. Jo. Noch schon wieder, pass weiter. Hilfe. Der letzte Gast in dem leeren Raum leidet unter schweren Anpassungsstörungen. Oder schaffen wir noch diesen Stream? Ich muss das notieren. Denn wenn ich diesen Zustand ausreichend verstanden habe, könnte ich vielleicht später leugnen, dass es so ist. Und ich habe gute Gründe zu glauben, dass auch ich die Konsequenzen dieser Störung zu tragen haben werde. Denn eine Person, die Kontakt mit dem Gast hatte, entwickelt schnell eine neue Weltsicht. Gemäß dieser ist alles vorherbestimmt, aber die Welt ist aus den Fugen. Wenn man diese Weltsicht akzeptiert, wird es unmöglich, mit bestimmten Erinnerungen umzugehen und sie werden unterdrückt. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich kann mich nicht einmal mehr an das Schicksal dieses Gastes erinnern. Nee, nee, nee. Das war geil. Ich glaube, diese Person ging einfach verschollen und wurde vergessen. Das Gleiche gilt für alle Akten, die sich auf diesen Patienten beziehen. Sie wurden alle vernichtet oder sie haben einfach nie existiert. Wer hat das geschrieben? Es gab nie einen Gast im leeren Raum. So. Nee, das ist zu lang. Aber ich werde auch müde. Das heißt, wir machen es nicht mehr so bumslang. Also, weiß ich nicht, paar Minuten. Und dann machen wir das im nächsten Stream. Dann fertig. Dr. Greys Büro. Und ich habe es ganz für mich. Schauen wir mal, was wir über den Kerl herausfinden können. Ich bin damit fertig, die Besitztümer von Miss Burgard zusammenzuräumen. Ich überlasse es jetzt Ihnen, Ihren Agenten zu kontaktieren, damit er sie abholt. Ich habe eines von Graces Bildern gefunden, das sie vielleicht zurückhaben will. Und diesen Schlüssel, der in ihrem Zimmer lag. Ich glaube, danach haben sie gesucht, Miss Thompson. So. Ich habe Frankreich gefunden. Das ist ja super. hier hat McCaffee mein liebstes Junges versteckt. Das ist sehr wichtig. sehr verehrter Dr. Manzetti, ich befinde mich mitten in einem aussichtslosen Kampf mit einem Patienten. Wie ich bereits in meinem letzten Brief beschrieben habe, ist er vollständig in seinen Wahnvorstellungen gefangen. Dass er sich selbst mit seiner Paranoia quält, ist schon schlimm genug. Aber sein Wahn greift auch auf andere über. Im Grunde legt er damit die Basis für einen Massenwahn. Ich schreibe Ihnen, weil ich hoffe, dass Sie mir einen Rat geben können. Ich möchte natürlich schädliche, operative Eingriffe um jeden Preis vermeiden. Aber ich mache mir langsam auch Sorgen um meine eigenen Abwehrmaßnahmen. Die Worte meines Patienten sind verrückt. Aber sie bringen auch etwas Urtümliches in mir zum Klingen. Ich habe versucht, sein Gehirn mit Röntgenstrahlung zu fotografieren. Es war überraschend schwierig, gute Ergebnisse zu erhalten. Dunkle Flecken auf den Platten verdeckten die Details. Mein Patient schaute sich die fehlerhaften Platten an und schrie dann panisch auf. Er sagte, die dunklen Bereiche wären der Schatten des Wurms, der ihn von innen auffresse. Ich konnte nichts Ungewöhnliches erkennen. Ich hoffe, das ist ein Zeichen, dass mein Geist nicht so anfällig für den Wahnsinn ist, wie ich es befürchtet hatte. Auf weitere Nachfragen beschrieb mein Patient den Schatten in seinem Geist als eine Art stonische Monstrosität, die sein Allerheiligstes unterwandern will. Das bezieht sich eindeutig auf einen Ort, den er Tarueia nennt, eine Art Bibliothek oder Kloster, das ihm als psychologischer Zufluchtsort dient. Dieser imaginäre, sichere Hafen wird jetzt von diesem Nechtonia bedroht und daher hatte sich einen anderen, weniger angenehmen Unterschlupf ausgedacht. In letzter Zeit bemüht er immer wieder die Metapher des Dampfschiffes, das auf Grund gelaufen ist. Er meint, er verspürt den Drang, die Motoren zu starten und umzukehren. Aber er fürchtet, dass das Schiff wegen eines Lecks sinken würde. In der letzten Woche habe ich ihn dabei beobachtet, wie er diese Metapher in die Realität überträgt. Er weiß, dass das fiktiv ist, aber dennoch weicht er nicht davon ab. Er versucht, eine echte Erinnerung zu erzeugen. Ich bin mir sicher, dass dies meine Chance ist, die Mauern seiner Selbsttäuschung zu durchbrechen. Achso, Stefan, brauchst du eigentlich da noch die aktuelle Quote-XML? Die ist ja jetzt schon lange nicht mehr auf der Website. Also theoretischerweise müsste ich dir die dann ja auch einmal rüberschicken, oder? Oder willst du die ja nicht importieren? Ich denke doch, ne? Dr. Gray hing irgendwie in dieser Sache mit dem Schattenmann mit drin, beschloss Detective Karnby. Entweder nutzte Dr. Gray die Vorstellung vom Schattenmann, um Jeremy zu manipulieren und zu foltern, oder der Schattenmann war tatsächlich eine machtvolle Wesenheit, die von Jeremy Besitz ergriffen hatte. Und in dem Fall war Dr. Gray einfach nur ein ahnungsloser Dummkopf. Vielleicht konnte beides zugleich wahr sein. Karnby spürte seine Gedanken in alle Richtungen davonrasen. Egal, was stimmte, er musste einen Weg finden, den Pakt zu brechen. Das war, was Jeremy gesagt hatte. Es war egal, ob es wahr war oder nicht. Wenn Jeremy Dosedo nicht verlassen würde, bevor der Vertrag nicht gebrochen worden war, dann musste Karnby ihn brechen. Er wünschte sich nur, dass die Schritte in dem Vertrag mehr Sinn ergeben würden. Wie soll ich denn in der Zeichnung irgendwas finden? Ich kann das Ding ja nicht mal bewegen. Also ich komme jetzt vom Treppenhaus da unten ins Krankenzimmer und Labor. Habt ihr da eine Idee, Chad? Weil, was ist denn der leere Raum und Grays Zeichnung nach dem Schatz? Also das beides verstehe ich nicht. Der leere Raum? Was ist denn der leere Raum? Ach, der leere Raum ist da hinten. Okay, dann gehen wir erstmal da ein. Ja, kein Stress. Ich meine, hat jetzt ja auch bei mir ewig gedauert, Stefan. Ich glaube, wäre das jetzt nicht im Urlaub, also hätte ich jetzt keinen Urlaub gehabt, hätte ich es immer noch nicht gemacht. Weil, wie du siehst, ich musste mich halt erst darum kümmern, dann mit Twitch irgendwie kommunizieren. Das ist halt alles immer nicht so eben mal gemacht und, ähm, ja, wie gesagt, das war halt so ein Urlaubsprojekt, was ich dann mir auf den Zettel geschrieben hatte. Was ist denn der Wach, Chad? Ich schon. Was ist denn jetzt hier noch für ein Rätsel in dem Büro des Sekretärs? Aber das ist doch sehr safe gewesen. Warum wird der nicht abgehakt? Ja, steht unter Ziele. Ich hoffe mal, Onkel Otto kommt mir jetzt nicht entgegen. Ja gut, aber da komme ich nicht rein in den leeren Raum. Also steht ja da. Sieh dir den leeren Raum an und suche in Grace Zeichnung nach dem Schatz. Also wahrscheinlich brauche ich, ist der Schlüssel für das Zimmer in Grace Zeichnung? Aber wo soll das sein? Also in welchem Raum? Also wahrscheinlich dann da, ne? Ja, aber da ist auch zu. Komm ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Check in it. Jemand eine Idee, wo das sein soll? Weil Also lustigerweise oder traurigerweise jetzt so mit weiterem Verlauf wird die Karte irgendwie gefühlt immer unbrauchbarer. Am Anfang fand ich die halt super. Aber mittlerweile stimmt halt irgendwie vieles nicht. Weil die Türen sind halt zu, aber die werden mir nicht als zu angezeigt. Das ist halt weird. Und das Rätsel da in dem Büro ist auch noch da. Also dementsprechend eigentlich laut Karte müsste ich da hinkönnen, aber ich kann da nicht hin. Genau wie ich jetzt halt hier auch wieder nicht durchkomme. Ich halte das nicht mehr aus. Es muss aufhören. Oh, da vorne ist noch was. Oh, da ist auch noch was. Ja, super. So, und jetzt können wir diese Tür hier endlich öffnen und können dann unten in das, äh, das Areal. Da waren wir ja noch nicht. So. Ich weiß nicht, ob Sascha gerade noch googelt. Oder guckt. Warte ich nochmal ganz kurz, was er sagt. Weil ansonsten würde ich auch so langsam sagen, machen wir Feierabend. Dann haben wir nämlich, stehen wir vor der verschlossenen Tür, die wir als nächstes halt für den nächsten Stream aufmachen können. Machen dann Kapitel 4 fertig, Kapitel 5. Dann haben wir das Ding auch durch. Die andere Seite, muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich nicht noch unbedingt spielen. Ähm, das reizt mich dann auch nicht so. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ein Durchgang reicht völlig für mich. Ähm, ja. Warten wir nochmal ganz kurz auf Sascha. Ob der noch was sagt. Oder was macht Sascha? Also ein Paisjon. Jetzt was er drittor. Ja. Achso, ich kann mich nicht erinnern, das gemacht zu haben. Okay. Na gut. Ja, genau. Genau. Also, zwei Chars. Wobei ich nicht weiß, ob die sich wirklich dann viele unterscheiden. Also, sie und er. Ich habe mich halt für ihn halt entschieden. Aber ja. Ist so. Also, dementsprechend hast du auch einen Wiederspielwert, weil im Endeffekt drei Streams bei mir sind. Was ist es an Spielzeit? Lass es vielleicht zehn Stunden sein. Zwölf, wenn du chillig spielst, einen Durchgang. Speedrun nicht irgendwo bei zwei, drei Stunden. Oder so. Keine Ahnung. Also, du kannst halt relativ zügig durchspielen, das Ding. Und dementsprechend hast du halt quasi zwei Charaktere für Wiederspielwert zumindest, dass du halt noch ein bisschen mehr rausholen kannst. So, ich mache schon mal lokale Recording aus.